Warten wir. Wollten mich wieder verappeln. Ein Mistvieh. Da ist nichts. So stürmig muss ja nur noch nie sein. Das ist relativ ruhig, aber ich will es nicht beschreiben. Lauf, 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 lauf. So stürmig. 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 die sicherung sein oder der wasserdruck druckabfall, strukturellen bruch rufen, also nach oben, auf geht's ich bin ja nicht sicher ob das jetzt oben oder unten, weil da geht es ja gerade so 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 um nun haben sie fast geschafft knapp eine Minute noch Da hat sich noch irgendetwas dazwischen kommen Das sieht gar nicht mal schlecht aus Mein lieber Freund So nicht Ging doch gut Abgeschlossen fertig aus Der war schon kaputt, den müsste ich noch Stahlschrott natürlich Der war schon kaputt Der war schon kaputt dann müsste ich mal schauen, was meine Rüstung alles macht, wie die aussieht ja, dann machen wir die schnell noch mit hier Achtung, hier spricht der Leiter der Strafanstand der östlichen Region Mithok Melon, zu dreien Fuß, dieser gründeste Kriminelle, kommt sie mit rein Ich möchte, dass alle bewaffneten Bürger den Dampf und Graften umstellen und diesen Schwerverbrecher festnehmen Achtung, sich darauf, die Silben zu passen Ich habe vor, an ihm ein Exempel für alle anderen Dämpfigen zu substituieren Meine Werte werden seinen Rücktransport hierher übernehmen Du beweg dich doch mal, hm? Was, und du kommst halt freiwillig raus, wie kommst du das denn, hast du da Ausgang? Hm? Was? Sag mal, haben wir noch andere Sorgen? Ist der Holz noch mit dabei? Der ist schon weg, da kommst du ein bisschen spät drum Aber ich werde dich auch noch mitnehmen Die Erfahrungspunkte zusammen Hast aber sehr, sehr schön viel Lust heute Wir! Und tschüss Wir nehmen uns alle mit Oh, was ist denn da los? Es geht vom einen Event zum anderen Einsturzgefahr etc. pp So, aber jetzt erstmal Muss ich das Bäh ein bisschen klein machen Hey, das ist ja hier extrem zur Zeit Oh, was wird das Bäh ein bisschen klein machen Ne, die mache ich dann gerne mal Was wird das? Äh, Einsturzgefahr, genau Komm Sich mit Grubenhauern ärgern Das ist doch besser Das ist doch besser Die Minenschacht Die Minenschacht Elayne Zur Sammlung und Reparatur Zivilisten Bitte verlassen Sie den Bereich Vielen Dank Bitte Na dann Hinein in das schöne Dunkel Achtung Erneute Schachtöffnung festgestellt Unterstützungspersonal Bitte seien Sie vorsichtig beim Einleiten der Sammlung und der Reparatur des automatischen Abbaugeräts Strukturelle Instabilität festgestellt Nein So, mal schauen, ob ich hier schon wieder rausrollen kann Oh ja, das funktioniert Das funktioniert Achtung Begästetze ins National 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 Unvergützliche Leute Picksal für die alte Schale Ja Stabilist auch das ist ein dünner muss man optimaler system wiederhergestellt aktivieren und alle nun haben wir mal nicht so schnell eine runde aber keine dresche juli was war denn hier los ist eigentlich oben jetzt weitermachen ja die haben mich gleich ganz lieb äh 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 Was war denn das für eine Nummer? Eine ganz fiese Was war denn das für eine Nummer? Ich bin gleich wieder da, du kannst noch weiter bohren und sammeln Ich wollte nämlich die Kiste noch schnappen hier Jetzt gehen wir mal ganz schnell wieder hoch Da oben gibt es gerade richtig Hau Moment, ich muss erst mal hier Oh, bitteschön Reinitialisierung oder Re-Sozialisierung? Ich glaube wir haben gleich wieder Ärger Mineral Sammlung abgeschlossen Gebel Abbau Marken aus Hm-hm Da hat man noch nicht die Spaß bei der Banken Abbau durchgeführt Transferäre Mineralien für spätere Abholung ins Lager 1.000 Schuss habe ich noch, gut Äh, ja doch, nee, warte mal Und zwar, die Versus Müsst das gewesen sein? Mineral transferen erforderlich So, ich würde sagen, wir gehen langsam in Richtung Ausgang Die beiden Studios hier nehmen wir noch mit Achtung, an das gesamte Personal Versagen der Schachtstabilität festgestellt Sofortige Evakuierung erforderlich Das Versorgung, um der Reich rechtzeitig zu verlassen Hat eine Lohnkürzung zur Folge Hat eine Lohnkürzung? Ja, das ist auch sehr freundlich Achtung, eine wichtige Durchsage Was begraben, du kriegst noch eine Lohnkürzung Was willst du mehr? Ja, das ist eine sofortige Evakuierung Der First Prince Kirche in Charleston erforderlich Bei Grabungen in diesem Bereich Ich bin hier auf einiges an Zeug gestoßen Das gut ausgerüstete Mitglieder mit dem entsprechenden Training bergen können Zivilisten sollten sich fernhalten, solange die Glocke läutet Dann macht die Glocke aus So, wir sind drei Startseinleihen, sehr schön Mal hier hochgucken, wie viel ich habe In den Magen 76 Nö, 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 nö Die sammeln wir noch ein bisschen Bis wir 100 wieder voll haben, dann lohnt sich das richtig So So Jetzt mal den Dach, da war doch was Etwas verbranntes So Dann würde ich sagen, dann gehen wir zum Bahnhof von Welch rüber Der ist nicht weit weg Dann können wir das Zeug klein kloppen Mal gucken Ob sich dahinter, wenn der schon gedreht hat Schauen wir mal an Aus An 2 1 nun so bahnhof wichtig die habe ich nicht ich möchte das mal gucken warte mal die dosen die nämlich damit gibt man noch ein bisschen erfahrung drauf ich bin zum handel mit vor allem aber noch nicht nachher je schmutz decken sie sich ein nix dabei wo ich sagen würde das muss ich jetzt unbedingt haben dann stellen wir halt mal das zellchen auf das nützt ja nur alles nix das hier rein mal gucken was ich kochen kann ich will doch noch ein bisschen kaputt machen müssen ich hatte doch waffen doch auf dem waffen und soll ich dabei wieso im gespräch ich bin noch nie im gespräch was soll der blutzen dann machen wir das nämlich jetzt so aus reparatur chemie rein zack machen erstmal hier diesen noch so schön repariert und dann so 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 habe ich wundert muss man mal ein bisschen was machen so was zum leitung ist nun dringend das kann auch weg das wirkt nämlich immer enorm viel dann will ich bei diverses mal reingucken ob ich da irgendwas noch habe was raus kann aber auch mal so viel muss ich davon nicht umschleppen das heißt für zwei tage noch So, haben wir irgendwas in den Schritt liegen Weg ist der Scheiß Und dann auf nach Hemlock Halls Hemlock Halls Wo ist ich? Wo ist ich denn? Oh, dann nehmen wir die ganze Sache mal ein Dann nehmen wir sie ein Sehr umständlich gemacht Aber wuscht Bauen wir mal ein bisschen um gleich Das bauen wir hier gleich ein bisschen um Das ist mir zu umständlich Da kann zu viel kaputt gehen Und die können da hoch Was sind wir hier hin? Die sind ja total fehl am Platz zu gehen Ja, ganz ehrlich Weg mit dem Scheiß Das können wir uns mal so lassen So, jetzt Ne, nicht erstmal Dann haben wir die Strohanschlüssel Da brauche ich nämlich Da brauche ich nämlich Lieber die Hohen hin Einen hier hin Einer hier hin Einer hier hin Einer hier hin Die Schütze Ich würde ja ganz gerne mal die machen Was brauchen denn die? Produziert 8 Produziert 8 Und die Produzieren 5 Ähm Level 2 Ja, habe ich nicht Gut Das heißt Wir machen erstmal die wieder hin Nach gewohnter Manier Einen hier hin Einen hier hin Dann geht so wenig wie möglich Kaputt von den Dingern Dann haben sie nicht die Möglichkeit Das großartig kaputt zu kloppen Ja, ja, ich weiß, eure Ich weiß So ein Scheiß Ich würde ja So Dann packen wir hier noch einen drauf Einer hier Einer hier Einer hier noch Einer hier noch Einer hier noch Einer hier noch Ja ja, mach dir mal Ich bin zuerst Einer hier noch hin einmal hier abgeschlossen so damit hätten wir alle abgeschöpft den hier weg damit und hier da müsste ich eigentlich den dahin verbinden und schon haben wir es was können das eine so dann können wir jetzt dass wir hier schön säure produzieren so und hier noch ich krieg doch mal rein und glaube ich aber nicht ich probiere es einfach mal aha cool hab ich jetzt nicht gedacht dann können wir hier noch rein und sitzen nee nee so jetzt sollte man es aber richtig abgeschützt haben damit soll das reichen ich wollte doch oben noch lager kiste und sie mir die nicht zerrommeln ja so ja so so dann kann das schön so ich kann mal gucken was habe ich eigentlich noch an täglichen täglichen aufgaben challenges da sind alle voll welchen nicht wiederholbar tägliche operationen so dann habe ich noch ein bisschen was vor mir ähm so und dann als nächstes die sehen ja nice aus die würde ich noch haben die schlüsselanhänger die sehen gut aus besser als die raketen da brauche ich noch ein paar punkte für 85 ich würde nicht so weit kommen so warte mal was haben wir noch das ist die wöchentliche da haben wir das mit denen und reiche fünf stufen noch wäre das was anderes ja ja wenn dann brauche ich nicht immer was du musst du noch aber aha so zeig play im 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 Power and Swoosh ich habe die tat im christlichen stand das meine kamera besorgen ich glaube dazu muss ich mein persönliches terminal aufstellen kiste ich muss noch mal hier reingucken ganz kurz und zwar was munitionsdeutsch nicht 30.000 haben wir noch das ist darüber dass wir das rüber weg 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 dann würde ich mal gucken wir tun ja mal was ein mann verlieren dann auf ins große verlaufen mal schauen wie das jetzt funktioniert auf geht's ladies and gentlemen hier spricht dodge ich habe den kontakt zu den verbindungsgeräten in der gegend verloren kümmert euch darum geht zum verstärker ich will jetzt keine eisenkartoffel die verbindungsgeräte laufen noch nicht geht also zum ersten gerät bluten 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 ne mache ich nicht mit shit falsche richtung ja lass es knallen oh shit oh shit Das war's für heute. So, komm schon, rauf, rauf, rauf. So, dann haben wir jetzt den Nächster. Immer schön, rauf. So, dann haben wir jetzt den Nächster. Hm, na, wo ist er denn dahinten, ist mal einer. Schnell mal nachladen. So, dann sind wir jetzt den Nächster. da also ich habe das war zum markt die acht minuten werde ich nicht mehr hinkriegen da habe ich zu viel versagt worden und wieder einer weg ja schön erscheinen das ist toll moment jetzt wird es aber lustig moment ich muss moment und und dann von hinten immer auf die ommel dann geht es am besten ja ich hoffe dass natürlich durch und lauf durch hier und Nein, halt hier. Genau jetzt hier. Sehr gut. Jetzt sind sie richtig sauer. Schaltet das Primärziel aus. Schnell! Oops. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. komm leid, 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 komm, komm, komm ich schaue, 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 schaue oh, das war knapp wow, das war echt knapp das nehmen wir mit hier na, dann wollen wir uns mal anzeigen lassen 10 legendäre Scheine, das ist gut so, dann will ich mal nach meiner Säure schnell gucken die Bühne, diese komischen Fletchergranaten ich überlege gleich nochmal reinzulassen, weil ich muss ja die 5 fertig machen voll machen oh, hier ist eine Gäste, oh ne hier drin, nicht verkehrten Säure hier drin, nicht verkehrten Säure jetzt nochmal, dann 18 Uhr war es ja nochmal eine, das hätte vielleicht was anderes gemacht ich muss ja nicht verkehrt Die Verbindungsgeräte in dieser Gegend übertragen nichts mehr. Findet und repariert sie. Repariert schnellstmöglich den Verstärker, bevor ihr die Verbindungsgeräte sucht. Es ist dringend. Also gebt Gas. Das kostet mich Zeit, du Blödsinn. Verbindung zum Verstärker hergestellt. Die Verbindungsgeräte laufen noch nicht. Geht also zum ersten Gerät. Das fliegen natürlich durchs Wasser, ganz klasse. Ich merke mir das nie. Da ist die Zeit wieder fliegen. Ganz großes Kino. Ich merke mir das nicht. Ach, da war ich doch irgend gerade. 为 Nein. Schlechte Zeit war dann schlecht. Die erste Kalibrierung läuft. Bleibt in der Nähe, um den Vorgang zu beschleunigen. Und passt auf. Du nervst, du Hund. Du wirst, du wirst, du wirst, du wirst, du wirst. Moment, ich muss nachladen. Hey, 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 was schießt denn hier mit sowas? Bleib mal schön vom Hals, das ist mir lieber. Das erste Signal ist kalibriert. Aber das reicht noch nicht. So, jetzt durch den Markt. Hier durch. 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 Einmal weg. Zweimal weg. Der ist auch weg. Da oben, guck mal, da steht die ganze Zeit nur Roman Ballert vor sich hin. Ja, Verbindung wiederhergestellt. Gerade rechtzeitig. Bei euch in der Nähe ist ganz schön was los. Geht hin und kümmert euch darum. Ich gebe mein Bestes. Das ist so ein bisschen. Stimmt. Das ist so ein bisschen. Das ist... ach so, komm oh man, laufe ich einen scheiß zusammen gerade wir Menschen, Soto egal, die Zeit ist eh schutz die Zeit ist eh Schrott oh man, laufe das gibt's doch nicht komm komm komm, lauf, lauf und ächzt hier nicht in der Gegend rum Zeit zum sterben ich bin jetzt noch 116 Minuten gegangen sieht noch Ärger aus räumt da richtig auf, dann sehen wir was sie verstecken so, hier haben wir noch einen das Primärziel wird jetzt interessant werden meine Rüstung ist angehangen angedatscht oh man bisschen zurück, dann kriegen wir nicht so viel ab nein, heiße Kartoffel heißt das natürlich doch eigentlich ist es ja egal aber die noch beiseite räumen noch ein bisschen looten und wenn es ein paar Patronen sind Zeit für Menschen vorüber sein jetzt Zeitalter von Super Mutanten natürlich jetzt wo du saß, fällst du mir Augen von den Schuppen fach 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 Wo ist hier? Wenn wir schon mal hier sind, dann wollen wir noch ein bisschen aus einem mitnehmen. Dann wird auch gleich gelootet. Kann es mir jetzt erlauben, jetzt ist die Zeit rum. Weißt, der Quessotron hier wird jetzt nicht gedrückt. Nö, nicht wirklich. Aber ich kann das hier mitnehmen. So, na gut, dann gehen wir mal raus aus der ganzen Geschichte. Das Kamerjäger ist Kaliber 50 Maschinengewehr. Immerhin, eine Waffe zum Tauschen. Oder was weiß ich damit. Mal gucken. Für mich persönlich wird hier noch ein Mix sein, denke ich mal. 30% Schaden gegen Meierloks und Insekten. 25% höhere Feuerrate. Ist ja an sich nicht schlecht, aber... die Waffe zu schaden. Meine macht mir Schaden. Na gut, durch den Lauf den ich drauf hab. Wieder 7 Euro. Wie viel Erz habe ich denn eigentlich noch? Das schreit hier schon fast nochmal nach Bärde jetzt zu gehen. Um die Lucky Holzsöpfen. So, was machen wir denn? Komm, wir machen hier mal mit. Mal sehen, was passiert bei den Grillen. So, dann muss ich die andere Waffe wieder nehmen. Und nochmal um zu gucken. Ich muss mal gucken, wo ist denn eigentlich? Ich warte mal, wo sind die? 75 Meter in die Richtung. Wir sind wahrscheinlich im Wald drin, ne? Das war nicht freundlich, Kollege. Von hinten! Ich bin überzeugt, ich nehme die andere Waffe. Oh! Ein giftiger Zwiespott. Yay! Come on! Ja, jetzt immer alle auf den Kleinen, natürlich! Machst du fein, das Schreien. Hallo Grillchen! Moment, ich muss erstmal nachladen. Habt mal ein bisschen nachziehen mit mir. Dankeschön. So, die Horde haben wir abgeschüttet. Ist doch nur den großen hier auf dem Hals. Der ist nicht erfreut drüber. Aber der ist gar nicht erfreut drüber. Der hat ja ganz miese Laune. Hör doch mal auf, hier rumzuballern! Siehst du das denn von mir? Au! Oh! Das hat gesessen! Das Berserger ist im Brotestuge. Das ist die absolute Waffe. So. Jo, ich bin immer klar, der macht nichts. Mal gucken wegen den Grillen. Säure. Kronkirchen. Nochmal Säure. Die habe ich schon gelütet und getütet. Gib mir deine Säure. Alles ane? Das war eine legendäre, wie es aussieht. Ja! Lebensrettet, robuste Roboterrüstung. Ja! Volch! Tja, du hättest wohl lieber drin bleiben sollen. Was haben wir denn hier ein Rezept? Salzi! So, ich würde sagen, dann können wir hier auch wieder raushüpfen. Mal wegmachen, wegmachen. Den Krempel hier aufheb ewig lange. Bringt mir nix! Bleischrott 900. Ja, ist doch ganz gut wieder. Ähm. Warte, guck mal da, wer ist denn das? Roden, jemand will da auch sein, Säure zu geben. Servus! ich kann nicht verstehen ist okay ich glaube ich würde auch noch im bett liegen mit dem ganzen schweiz ich kann mir vorstellen dass das ganz schön an allen kräften und so das kann ich mir vorstellen ja ich denke mal erholsam und schlaf mit dem ganzen symptomen wird das auch nicht unbedingt sein aber es ist schon mal mache ich dann habe ich noch nicht geholt stund bisher heute naja du hast immer zeit als ich hast du sie schon holt das ist ja eigentlich schon ist eigentlich schon die ganze miete wenn es noch die kritik genau steht da schon was sind So komm, setz dich doch mal runter hier. Ja, so ist es schwierig. Okay. Quatsch, das braucht keiner. Okay. 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 Morgen muss ich wieder so früh aufstehen. Zum Test oder was? Ja, morgen früh kommt zwischen 8 und 9 kommt mein Hausarzt vorbei. Ja. Ich mag mal Tests vor Wochenenden machen. Naja, klar. Äh, dann wurde ich... ...angebübbelt. Mhm. Und vom Hausarzt... ...wollen auch welche Ärzte von den Ämtern kommen. Ja, klar, das ist... ...der laufende Dinge drin. Ja, genau. Wie ich damit einverstanden bin... ...wollen dann auch Blut abnehmen für Untersuchungen und Tests... ...und Forschung. Mhm. Mhm. Wie gesagt, ja, sollte man... ...kommst du morgen auch noch mal eben im Lauf des Tages vorbei. Ach, jetzt hab ich nicht aufgepasst. Und nehmen wir dann noch mal ein paar... ...voll Blut ab, um das mitzunehmen... ...für die Forschungsscheiße und so. Ja. Ja, und morgen Nachmittag irgendwann... ...kommt dann noch mal die Mutter mit dem Einkauf... ...die dir auch noch mal nicht reinlassen darfst. Hahaha. Ja, das heißt, du sitzt die ganze Zeit hier... ...und weiß immer nicht, wann der jetzt auftaucht. Gott. Das einzige ist, weil ich weiß, wann mein... ...mein Hartmann aufkommt. Dann kommt zwischen 8 und 9 Uhr. Ja, klar, weil das irgendwann einpackt wird. Ja, klar, weil das irgendwann einpackt wird. Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist vorhin. Ja, klar. Ja. Ja, da weißt du ja auch nie, kein Notfall oder was dazwischen kommt... ...dann verschiebt sich das ja auch nicht mal. Ja. Das weiß man ja nie. Oh, meine Mutter war jetzt da oben. Die ist bloß in Längen, ab und zu nichts. Wenn dann jemand kommt so vorbei... ...was ist jetzt hier unten... ...und man kommt nett nicht einkaufen. Ja. Gebt du nur in Ruhe. Ja. Ne, ne, ich mein hier im Spiel. Die verbrannten sind immer so schön nervig. Gut, die verbrannten finde ich, die gehen noch nicht mehr. Die verbrannten sind auch in Noten. Ich mein nur, wenn sie dann in Reihe stehen und anschossen werden wollen... ...das ist... ...du willst eigentlich die Brandbestie haben anstatt die verbrannten. Ohhhh. Hm... Ohhhh. ...denk, wenn ich es immer fleißig die Kriegel machen. Wenn du mal auch öffentlichen wirst... ...chen. nicht nur wegen dem Loot, sondern auch wegen dem Reparaturkitz alleine schon von dem ja klar, da hast du recht, stimmt und wegen dem Dings hier lohnt sich das kann ich nicht auf den Namen ja klar, das ist richtig der hält richtig gut was aus der hält was aus, ja das ist richtig das ist richtig, aber machbar müsste es auch sein denke ich mal davon gut, alleine wäre ich jetzt nicht unbedingt machen müssen, weil da wirst du nicht hinkriegen so und so ohne weiteres, da wirst du einiges an Vorbereitung haben müssen weil wenn er dich anschreit, dann rennst du sowieso mal gegen die Wand und das kostet doch wahrscheinlich viel Zeit wenn du dich dann wieder erholt hast ja, dann mach das ja nicht nur einmal na das musst du dann auf die Länge rechnen oder wie oft das mach, so rum gesagt und da geht viel ja, und da geht viel, viel Zeit verloren und wenn es noch ein paar Sekunden sind oder so das ist trotzdem ja, und wenn er dich dann noch anschreit und du dir noch in den scheiß Bohrer rein rennst ja, das ist noch besser, dann bist du gleich gestorben und nach jedem Tod dauert es ja länger, bis du wieder runter kommst in die Höhle genau ist das alles nicht so einfach ist das nicht? ich bin ja auch schon ein paar mal in den Bohrer gelaufen da kannst du ja nichts gegen machen das ist unwillkürlich, wirst du hier irgendwo hingeschickt ja, richtig du stehst da, schießt auf dem Puls den, also ich ich mich ja tagge ich tagge den dann schön und so und dann schreit der los und ja dein Charakter wird in den Nähden gerichtet und riecht irgendwo wird er random hingeschickt ob du willst oder nicht ja, und dann zack nein siehst du nur den Bohrer über dich da kommt nein 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 zack weg hammerjäger raus damit raus damit raus damit raus damit ja meine Secret Service habe ich auch fast voll Na, da ist sie schon fehlt nur noch so den muss ich jetzt noch zusammensparen beinahe habe ich komplett passt das schon sein jetzt gut was verdorben ist dabei was ich nicht mehr brauche es ist noch ein dringend nur Nunu! Nunu! Ich hab gut Stim-Packs eingefahren. Ich hab schon wieder 91 Stim-Packs auf der Hand. Mit 40 hab ich angefangen heute Vormittag, also vorhin. So gegen um 4, also so. Ja, dank Vampyrismus, ne? Ja, ja. Und wenn der Events macht... Ich weiß nicht mehr, wohin mit den Stim-Packs. Ich verkauf die auch schon, aber verkaufen kannst du auch nicht alle, weil dann ist das Budget so schnell runtergerasselt. Die Stim-Packs, die gehen ja so ins Geld, also bring gut Geld, so rum gesagt. Du kannst im Prinzip, deine Nahrung kannst du weghauen. Du kannst im Prinzip, die ganzen Waffen kannst du alles zerkloppen und einlagern den Schrott, was du kriegst. Und brauchst du nur noch Stim-Packs verkaufen. Dann kriegst du das Zeug so schnell runter, dein Budget. Ohne Hin und Ahre. Jetzt, äh, weißt du mir das dann auch immer geben, wenn ich sag dir, ich weiß nicht mehr wohin mit ins Gepäck. Ja, ich ärgere schon immer alle, ob sie nicht mehr Fusionskanne haben wollen. Aber die sag mir immer nein, ich weiß auch nicht, die wollen die nicht mehr haben. Das hätte mir früher mal passieren müssen, so. Ja, würd's gemerkt nicht geben, wenn ich diese wieder aufladen, dann hätte ich auch mehr gebraucht davon. Ja, natürlich, das ist klar. Das ist klar. So, jetzt werd ich jetzt mal schnell zum Bahnhof nach Matoga. Typer Thiel. Ach, ich lauf rüber, ist ja nicht weit. Und, nee, 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 nee. Nee, ich will nicht reisen, ich möchte einfach nur die Markierung setzen. Ja, und zwischendurch die Besetzung noch mitnehmen. da kommt nur noch ein bisschen ich war noch nicht genug überladen immer noch ein bisschen rein hier aber her mit den krampe habe ich gelüdet ist Die Buh! Nee, ich wollte das Ding gar nicht haben. Ach, nee. Nee. Das sagt man so eine, dann machen sie kurz und klein das Ding. Ah, die Taschen. Sehr gut. Dann gehe ich noch mal da hin. Wenn ich nicht glück habe, kann ich meine Werkstatt hier operieren. Wunder wenn ich Glück habe. Das sieht noch eine Menge änger ja aus. Gut. Okay. machen wir mal fallen wir sehen das einfach mal hier gleich wenn gezeigt wo die alle rumschlagen sind die müssen wir nicht gerade weniger auch nur die euro ich bin nach hause das war jetzt nicht gut diese mann und so nicht guck-guck radioaktivität draus nehmen wei 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 das sind die Möbel mhm 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 das war jetzt nicht nett das war jetzt so haben wir die schon mal weg Und vielleicht das Meierlok vielleicht für die Raiders. Und vielleicht auch noch weitere Aufträge für Sie. Okay, auf zum Bahnhof. Jetzt kann ich was verkaufen, hoffe ich doch. Das ist gedreht schon wieder. So, und? Das hat sich immer noch nicht gedreht. Oh Mann. Lasse. Hier ist nicht den Schritt. Ich brauch nicht den Schritt. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Hier ist so ein bisschen was los noch. Oh. Dann gehen wir hier noch ein bisschen was wegnehmen. Bereit Handel einzuleiten. So. So. Das war's. Dann wollen wir das mal schnell machen. Hier sind 500 Pools. Das war's. Geht's euch nicht gut hier? Geht's euch nicht. Ja, das war's. Geht's euch jetzt. Ja. Da sind die Flache. Ja. 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 muss ich aber erstmal nach hause so ist alles nix 2 kochen kann ich machen was ich will ich bin in schwelenden trümmern aufgewacht wie viel haben wir denn so rätten mit der zeit ist mir diese fremde person ich glaube nicht an glück ich weiß dass ich nichts anders gemacht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht Nicht schon wieder. Was ist los? Stimmt irgendwas nicht? Endlich vorbei. So viel Müll. So, jetzt will ich hier erstmal rumgucken. Haben die meine Kubertas schon wieder zu hauen? Nö, die ist wieder irgendwo. Die ist irgendwo. Ich bin im Schimmelhimmel. Mhm. Na, wenn das so ist, dass du im Schimmelhimmel bist. Meine Idee. Ich hätte nie gedacht, mit einem wunderbaren Menschen in solch einer Welt zu leben. So, was haben wir denn für Aufgaben, ey? Jetzt. So ist es nun mal. Das ist ja 18 Uhr durch. Sind wir die 9-Chillische Star? Ich liebe es. Reich in höhere Stufe. Warum wundert mich das nicht? Vor Kriegsnahrung essen. Sollte funktionieren. Modifiziere eine Waffe. Kriegen wir auch hin. Sammle Kronenkurgen. Ja. Wissen wir wendet ab. Töde lecken die entgegen. Ja. Anspruch. Sind wir schon gemacht. Okay. Okay. Aber das ist kein Thema. Ich nicht. Das macht nur ein bisschen. Guck mal. Aber. Ähm. Müsste doch eigentlich rein theoretisch. Mal ausprobieren. Hallerisch. Ach. Das hier erinnert mich an Camping. Mal ausprobieren. Hallerisch. Mal gucken. Waffen. Aura ledig Ja Servus Juga Na alles gut Na klar, und bei dir? Auf alle, immer Das wird mir gern Ach Gott Äh, ja Was haben wir für eine Operation heute? Was? Guck gerade, was ich für eine tägliche Operation heute ist Die neue Oh, Galerie Vella Oh, Valerie Galeria Da geh ich rein, die macht Spaß Die ist schön Die ist nicht so auffällig Das ist verdächtig, was macht ihr eigentlich sonst? Hehehehehe Oh, mein Gott Oh, okay Aaaaaaah Telepathie Unglaublich bei uns Kommt voll der Wind Stimmt voll, hey Ja Dann noch der blöde Regen bei uns dazu Also war es geregnet teilweise Ja, bei uns auch Aber das hat jetzt nachgelassen Wir haben jetzt eigentlich sogar Richtig schön Abend droht Bei uns Und trotzdem voll der Wind Ja, voll blöd Hier spricht die Bruderschaft Die Verbindungsgeräte in dieser Gegend übertragen nichts mehr Findet und repariert sie Der Verstarrt ist auch defekt Die müssen wir zuerst reparieren Oh Nooo Da wird einer gesucht. Attacke! Dann an den Speck. Mal. Okay, der Verstärker läuft jetzt. Geh zum ersten Gerät und stell dann die Verbindung her. Kleinen Schutz kriegs weiter. Ich erlöse den jetzt für seinen Laden. Okay. oh man ja den habe ich jetzt gerade voll böse überrascht steht uns an der werkbank und klopft da unten ja 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 klar das müsst ihr grad sagen das müsst ihr grad sagen was denn vor dem schießen zielen das müssen die grad sagen nicht Die Kalibrierung abgeschlossen. Wir brauchen aber zwei. Auf zum anderen Gerät, hopp hopp. Ihr schaut ja cool aus. Die zweite Verbindung wird aufgebaut. Sieht aus, als wäre bei euch einiges los. Ihr müsst beim Verbindungsgerät bleiben. Wir bleiben beim Verbindungsgerät natürlich. Tschüss. Geht mir der Klippelisi echt auf den Sack, ey. Unglaublich. Komm, steh auf bei deinem Stuhl und ich schmeiß dich raus. Das gibt's doch völlig. Hat es voll recht, Marius. Echt. Wen meinst du jetzt, ne? Ja, diese Verbündete, die Kinder wegen... Alles klar, weiß was du meinst. Oh, ich glaube nicht. Herrlich, ne? Herrlich, ne? Mit ihrer Gitarre, die ist richtig... Herz aller liebst, oder? Ja, jetzt mal mit dem... Und sie nicht drehen, die nicht drehen, die nicht drehen, die nicht drehen, die nicht drehen. Ne, du denkst mir, ich hatte die auch bei mir drinne, die haben alle bei mir gemeckert. Ich hab's nur als Schuss drinne gelassen, gerade weil sie gemeckert haben. Aber ich muss ehrlich sagen, die ist mir dann auch raus... Ich hab's dann auch rausgeschmissen. Ja, dann mach ich die mit dem... Die mit dem Quest, wenn du das bist, aber... Ah! Ja. Ui, sie ist aufgestanden. Danke dir. Komm, geh weg von deinem Stuhl. Wir hatten einen Sinn. Muss doch die Gitarre wegnehmen. Oder musst du draußen irgendwo hinstellen, musst du nicht hörst. Als abschreckendes Beispiel. Ja. Hast du schon mal ein Vormund gehabt? Ja, hab ich. Ja, aber nicht bei ihr, ne? Hast du was anderes? Ja. Ich hab sie als Frau gehoben, ja. Dabei willst du dir nur was Gutes tun. Deine kulturelle Seite fördern. Ich geh mal in meinen Arzt hin. Oh ja, geh mal davon. Ja. Lass den Arzt kommen. Der ist immer gut. Ja, geh mal davon. Ich geh mal davon. Ich werde dir. Den hast du doch, glaube ich auch, ne? Alles klar, Verbindung steht. Alles scheint zu funktionieren. Ich hab eine ganze Horde, um die ihr euch kümmern solltet. Ah, der von der da sind. Das ist der Ort. Waffen, Vorschlag, Klemme und was ihr sonst noch so habt, besorgt euch für etwas Aufruhr. Talamon, Kellen. Das ist Bruder schafft. Das ist Bruder schafft. das und und nur wichtig da muss er seine Unternehmer unterhaltskosten zahlen und so die erst mal anpumpen die Begründung bei Geld mit ich will bezahlen willst du nach dem Motto die Begründung Aber hallo, ihr habt da ein Premier Team gefunden, tut Appalachie eingefallen und schaltet es aus. Wo ist es? Ich blute aus all den Glöckern, meins du kannst mich fassen. Das Gespräch kann man doch irgendwie noch mal anschauen, oder täusche ich mich da? Hast du ja jemanden Untertitel anzeigen lassen? Ja, die Untertitel, ne? Das kannst du machen. Ich bin schon gespannt, was hier noch so drauf ist. Dann musst du die Quest aufrufen, dann musst du mal in ein paar Quests reingucken. Entweder täglich, oder an jedem Quest, Hauptquest, kommt drauf an. Ich hab ja auch nur noch zwei, Hauptquest, dann bin ich auch erst mal fertig. Der kann nämlich nicht einmal fünf Minuten irgendwas anderes zocken lassen. Unglaublich. Dich, du hast es nicht mehr. Dich, du hast es nicht mehr. Oh man. Mmh. Das war's. Das Windbeutelstuhl soll ich bauen? Was ist das denn für einer? Manchmal denke ich mir, ich bin in schwelenden Trümmern aufgewacht. Windbeutel und diesen Windbeutelstuhl, Alter. Unglaublich. Tja, siehste mal. Der schaukelt bestimmt gut im Wind. Es ist mir diese fremde Person gar nicht mehr so fremd. Ich glaube nicht an Glück oder Schicksal, aber ich weiß, dass ich nichts anders gemacht hätte. Komm, Affe. Komm, Affe. Komm, Affe. Komm, Affe. Wir haben ihn jetzt schon wieder voll. Du hast gerade zum Fressen gekriegt. Schau, dass du jetzt Zupfst hole. Der hört sich verhungert an. Was kriegt er denn? Gummibärchen am Tag oder was? Ja, ja, ja. Wenn sie nach ihm die wahrscheinlich schon, ja. Ja, manche Tiere sind so lecker, Lies, ne? Die... Am liebsten noch süßer. Ja. Ja, mit seinen 22 Jahren ist er schon verfressen. Mhm. Toll. Ah, das Überlebensspitzen sind so geschickt. Schon wieder? Zurückgelassen. Ja. 30 Minuten, maximal bis zu 5 Stück. Also maximal 5. Richtig. Dann kriegt man jedes Mal ein Simpack oder was? Nee, das ist kein Simpack. Das ist richtig eine Überlebensspritze. Und wenn du die reinmachst, wenn du die nutzt, dass du Hunger, Durst und Krankheiten auffüllen. Beziehungsweise Krankheiten heilen und Hunger und Durst, dass du da auffüllen. Regenerieren. Wenn du den Perk dabei gemacht hast, dann hättest du dir das eigentlich auch drin lesen können. Da steht da alles bei. Ach, lesen ist doch Nebensache. Wer macht denn sowas? Das hatte ich ihm vorhin, äh, erklärt. Dass das alles... Auf deine... Abhängigkeit. Weil... Nein, keine Abhängigkeiten. Nein. Nein. Ach so, außer. Ja gut, okay. Entschuldigung, falsch verstanden. Wir haben es nämlich mal ausprobiert. Wir haben, wo ich alkoholabhängig war, mal ausprobiert. Geht aber nicht. Nein, geht nicht. Mhm. Da hab ich mich extra ins Cilirium geschaffen. Ich denke, schuldig. Was mir aufgefallen ist, ist, äh, bei dem Perk mit dem, äh, Strahlungsresistenz, ne? Ja. Da steht ja normalerweise ein Punkt. Der macht aber gefühlt nur wie in den Meter pro Sekunde weg. Ja, es kommt auch an, was ein Punkt ist. Wie groß der Punkt ist. Was er an der Grafik darstellt. Na gut, ich sag mal, ähm... Wenn er bei mir plus 45 macht, dann... Oder plus 20 oder so. Und jetzt dann schon ein bisschen weiter nach links, ne? Also ich denke mal, dass da schon eigentlich so ein... Etwa vielleicht schon 10 oder 15 Punkte sein müssten eigentlich. Ja, wie gesagt, das... Wenn ich... Irgendwann, wenn ich soweit bin... Ich bin ja erst bei 197 Level. Äh... Wer ich sehen. Gucken. Aber wenn da ein Punkt steht... Da kannst du dich eigentlich generell drauf verlassen. Und das, was die da rausgerechnet haben, das passt dann schon. Ja. Das andere ist dann nur, wie es die Grafik umsetzt und wie das dann gezogen wird. Das ist die andere Sache. Ob das dann wirklich so genau einen Punkt anzeigt oder nicht, das ist dann... Das kannst du normal auf der Schiene sowieso nicht anzeigen lassen, weil... Richtig. Was ist ein Punkt bei der Schiene? Äh, wie viel... Das ist nix. Das ist nix. Eben. Da müsstest du jetzt wirklich dir einen radioaktiven Punkt, einen einzigen einfangen. Und das kannst du auch nicht machen, weil das ja permanent knattert ohne Ende. Das ist dann auch nicht richtig zuverlässig. Also das kannst du nicht richtig... Nicht zu einem wunderbaren... Nicht richtig nachvollziehen. Kannst du das? Kannst du das? Aber ich hab mich mal... Das hatte ich... Äh... Joker hat gesagt. Ich hab nicht richtig... Das wurde die erste radioaktiv gemacht und bin nach Volk. Das haben wir leer gewesen. Ja, natürlich. Das zieht enorm ab, das Ding. Das merkst du schon. Das ist... Klar. Also... Ich will grad nicht wissen, wie es das ist, wenn ich dann zwei oder drei Punkte da drin habe, ey. Ja, dann bist du eigentlich so gut wie fast... Äh... Ich sag mal jetzt fast... Äh... Radioaktiv-resistent. Ja. Weil so wie du es reinkriegst, wird es dann definitiv wieder rausgezogen. So ungefähr. Ja, es kommt drauf an, wo er sich aufhält und wie viel Resistenz der hat sich schon dafür... Ja, genau. Das ist... Ja, das spielt auch mit rein. Also wenn du... Das beste Beispiel wird dann wahrscheinlich die Strahlenschlägerei sein, wenn du dich unten reinstellst. Ich hab mich mal reingestellt in der Rüstung, wo ich jetzt bin. Die ganz normale. Mit 232. Ich bin hier mal so ein bisschen ans Wasser ran, dass ich so ein bisschen langsam so... so geschimmert hab. Diese radioaktive Schimmerung. Wut! Ist da Balken rot gewandert. Aber ich frag mich, wie schnell ich da wieder raus war. Ja, das hatte ich auch gesehen. Das hat's dir ja... Ich hab vorhin tatsächlich mal in die Atombombe reingestellt, weil ich ja für die Equal Service Unterrüstung ja diese 200er entgeholt habe. Ja. Den Bauplan. Dann hast du das Foto auch mit dazu geholt. Das müsst ihr auch noch mitnehmen, ne? Was hab ich denn jetzt? Wenn du dich in den Kreis stellst du mal eine Atombombe, nachdem die gefallen ist, dann... Pff. Da passiert nicht viel. Ne. Ich hab halt das... Ich hab jetzt das abgeschirbt hab ich jetzt. Ja ne, das ist das ja. Ja, ist richtig. Ich rieche schon. Ja, abgeschirbt. Stell dich mal in der Atombombe vom Kreis wenn die Bombe inspiriert. Ja, das hab ich schon durch. Puff. Da hab ich mich vorglühend sehen. Das sah toll aus. Wieso die Knochen langsam runter rieseln. Einfach herrlich. Ja, das weiß ich nicht. Ich hab's... Ich bin ja immer mit der Power-Rüstung denn. Ich bin mit der Power-Rüstung einfach nur tot weggeflogen. Ja, ja. Ne. Ich war... Ich war unten... Ich war Brandbestienjagen weil ich bisschen leveln wollte. Und dann seh ich oben auf dem öffentlichen Server den Ticker. Ach, er denkt... Na gut, ne Minute hast du noch Rennen und Rennen wie blöd auf immer. Wumm. Wuff. Priesel, 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 Priesel. Krach weg. Und schon war's da. Ein schöner Feuerball. Und der Rest ist nur noch Staubasche. Und ich steh mich einfach nur in der Power-Rüstung und werde dann durch die Druckwelle einfach weggeschleudert. Ja, ja, ja. Das sieht dann aber auch so. Das ist dann auch so. Ein richtig schöner Parabelflug. Wuiiii. Mit Salto allen drum und dran. Achtung, Responder. Also ich hab mich dann... Ich hab ja bestimmt im Zeitpunkt noch nicht die Secret-Unterrüstung gehabt. Also das hat trotzdem. Ja. Ne, klar. Das ist kein Anheilmittel. Das ist klar. Das ist ja nur zum Verstärken. Zum Verbessern. Ne, das hab ich ja auch gesagt. Das ist nur zum Verbessern. Das hat ja nur geringe Werte. Ja. Also... Das ist einfach nur zum Unterstützen für deine Rüstung. Egal welche du jetzt drauf ziehst. Ob du jetzt eine Kampfrüstung drauf ziehst, Secret Reserves oder oder oder. Außer Power-Rüstung ist klar. Die zieht ja deine Rüstung und die zieht deine Unterrüstung auch mit aus. Nö, weil das zieht ja hier alles aus, genau. Weil ich auch gar in die normale Rüstung nichts hab mich gar nicht mehr besetzt. Weil was soll ich damit werde ich eh nur in der Power-Rüstung unterwegs bin. Ja, klar. Weil ich da drauf gepirked bin, ist ja logisch, dass ich die dann immer abziehe. Und dann brauche ich auch keine normale Rüstung nach. Ne, ist ja klar. Unnötiges Gewicht, was du dann wegschiedst. Ja, das ist... Liegt ja auch da nur sinnlos in der Truhe rum. Ist bei mir im Prinzip dasselbe wie mit meinen 3 Power-Rüstungen, die ich hab. Ich könnte sie normalerweise weg tun. Die einzige, was ich hätte liegen lassen müsste, oder würde, das wäre die Packer-Rüstung. Wenn ich aber in Zuma Bleierz holen gehe. Aber es wollen wir wissen. Hätte ich mal... Hätte ich losgeworden. Im ganzen Haufen. Was? Bleierz? Dafür hab ich jetzt aber über 6 oder 7.000 Blei... Bleibschrott dann bei mir in einer... in einer... in einer... rumlümmel. Das macht ja nix. Da tut's ja nicht weh. Da bin ich endlich losgeworden. Da tut's ja nicht weh. Bist du auf deiner eigenen Karte, oder was? Das hast du mir doch als Aufwand angezeigt. Ach ne, ich bin eigentlich bei meiner Frau auf die... Also meine Frau hat eine Karte aufgemacht, da bin ich vorne drauf, wo deine... Ich hab deine Säure-Station da übernommen und hab's ein bisschen umgebaut. Ich hab's nur notdürftig gemacht wegen dem... Sehr notdürftig, ja. Sehr notdürftig. Ähm... Ne, ich hab's ein bisschen umgebaut. Du bist mir nämlich als Aufwand angezeigt. Deswegen dann sonst wär ich ja schon zu dir gekommen. Ja, doch, naja. Ich weiß nicht warum. Es ist halt... Das Spiel mag das halt. Ja, ja, das ist... Spackteilsbrot. Meinst du machen nix, musst du gucken zu. Da hilft nur Neustart und dann... Ja, da müsste ich aber jetzt... Wenn ich das jetzt mache, dann müsste ich praktisch meine Säure-Sachen alles neu aufbauen. Äh... Dann muss es jetzt erst mal so gehen, dann können wir später zusammenspielen. Auch nicht so schlimm. Äh... Blutadler macht mir jetzt richtig Spaß. Die tägliche Operation. Habe ich gerade eben gemacht. Das Befreier geht ein... So... Du mir einen Gefallen, bleib liegen Befreier. Dann muss ich nicht noch mal rumballern und du hast deine Ruhe. Da... Da hab ich noch eins. Was willst du denn schon wieder? Ich will doch mal woanders hinspielen, wenn du keine Freunde hast. Vorkriegsnahrung sein, wenn du die hast... Äh... Wenn du von der Monster Mania die Bombenbombs hast, dann kannst du die nehmen. Gezählt. Bei der Tagesaufgabe heute. Okay. Brauchst du bloß drei Stück davon lutschen und dann hast du es gegessen. Wenn du keine mehr hast, musst du sagen. Ich hab noch welche. Was wählten wir noch? Bouillonwürfel. Ränderbouillon. Ränderbouillon. Du musst das andere Filme da quälen, wa? Gibt's nichts zu futtern? Nee, Sojawürfel wollte ich nicht. Muss er wieder verhungern. Gut. Töte anlegen deren Gegner. Schließe ein Event ab. Das haben wir schon. Mhm. Einen anderen Spieler in einer Gruppe an. Okay. Das müssen sie noch machen. Ja, das muss ich dann auch noch machen. Bei 90 bis 250 Kronkroppen. Das muss ich auch noch machen. Hast du mal Geld für mich? Ich will sammeln. Ich modifiziere eine Waffe, nur von 5. Ja, das ist wenn es zu reparieren. Einfach, ich hab bei meiner schweren, äh, bei meiner Kaliber 50 hab ich den Lauf immer wieder gewechselt. Von leicht auf schwer und zurück. Nimm das ein paar Mal, mach es 5 Mal. Ja. Dann hast du's durch. Jawohl. Jawohl. Nein. Oh, Kriegsnahrung haben wir auch fertig. Ja komm. Hör doch mal auf, der armen Katze auf den Schwanz zu treten, Mensch. Komm, geh weg. Das hört sich wirklich so an. Und dann hör auf. Mach nicht so laut. Ja, der fällt immer so. Jaja, ist doch klar. Die wollen sich ja Gehör verschaffen. Das darf man ja nicht vergessen. Wo ist denn sich einer noch? Oh Gott, hat's mich jetzt gerissen, ey. Unglaublich. Da ist jetzt der eine in der Gruppe. Ich brüche nicht, der brüche nicht, der brüche. Bist du jetzt blöd. Ja, da meinst du immer, da steht neben dir einer oder so, ey. Naja. Wo war ich das richtig jetzt? Ah, Mann. Jetzt ist sauber. Ja, wo ist denn das? Wenn du dann lagst. Was ist denn das? Jedes Mal habe ich da eine Quest. Äh, äh, lö... Was entdeckt das Geheimnis von... ...Band Lovis Köller? Ja. Das habe ich... Da habe ich einmal den Self aufgemacht. Und jedes Mal, wenn ich da hinrenne, ist da nichts. Hahaha. Keine Ahnung, was das für eine Quest ist. Es muss irgendwie eine Tagesquest sein. Die kannst du aber ganz einfach... Machst du... Gehst du mal auf deine Tagesquest? Äh... Oder sonstige. Oder sonstige. Ja, die kannst du aber auch verlassen, glaube ich. Die kannst du weg. Also kannst du auch ignorieren. Ja. Machst du einfach das Ding weg. Dieses Karo davor weg. Und dann ist das alledig. Da habe ich einige. Ich auch. Jaja. Was? Was? Das Schwieden einer... Legende? Legende? Legendären Waffe. Das ist Mysterien. Ist das. Ja. Deutsch lehrt. Was? Was ist das? Die Acht auf Schatten. Und und und. Ja. Das ist der Ort der Mysterien. Ist eigentlich eine schöne Questreihe, finde ich. Auf jeden Fall. Macht Laune. Ja. Ist zwar auch viel hin und her. Ja. Lauf. Bring. Hol. Und dies. Und das sind jetzt. Aber trotzdem eine schöne Sache. Was nimmt das heute hin? Sag mal. Haben die heute Ausgang, liebe Feuer? Oder was? Tag des Chinesen oder so? Ja. 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 Jo. Jingjau pingjang chung. Was? Ja. Ja. Und die Kaffee in der Ose. Die hab ich schon mitgenommen. Kommt mir jetzt noch einer an der Ecke. Ja. Ja. Hatte rausgelaufen. Passiert. Ja. Ich glaube, wir, Ben. Ja. Passiert. Äh. Blackmail. Da hab ich gedacht, ich muss ja wieder da oben wieder hin, weil das normalerweise wirklich war. Jetzt. Ne, da kommt auch an was du machen musst Deswegen ist es immer ganz gut Ich will sich mal durchzulesen Was musst du eigentlich machen Achso, das ist was du immer wieder hast Ja, das ist ja nur Dass das jetzt ein anderer Punkt ist diesmal Ja, ja, das ist Da oben ein Zimmer bis jetzt Ne, ne, da kannst du dich nicht drauf verlassen Das kann sich auch mal ändern, das stimmt Du kriegst die Tür nicht zu hier Ich will mal eine Bouillon haben Und nicht irgendwelche Befreier hier Gebt Ruh Ich bin die scheiß Bouillon nicht Ja, das habe ich heute auch schon gemacht Dann habe ich heute schon Alleine Würgeherz habe ich heute schon drei oder viermal gemacht Ja, du hast ja Nein, 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 nein Du bist ja schlimmer als ich im Spielen Wo ist denn diese scheiß Bouillon Verdammte Axt Schade, dass man nicht Entschuldigung, dass ich gerade einen Fortfalle Aber schade, dass ich Äh Dass das Gold Event noch mal wieder läuft Gold Event, äh, was meinst du jetzt? Achso, das ist ein doppeltes Gold Bin ich ganz froh drüber Ganz ehrlich, bin ich ganz froh drüber Dass das nicht ist Ja Weil das tut einen so dermaßen unter Druck setzen Unterschwelligen Druck Dass du diese Scheine sammeln sollst Und eintauschen sollst Sondern ich finde das so bescheiden Das nervt einfach nur Ähm, das ist in meinen Augen Ist das keine Belohnung Sondern einfach nur Unterschwelliges unter Druck machen Unter Druck setzen Und das zu spielen musst So empfinde ich das Persönlich jetzt Weil ich bin der Meinung Du kannst genug Startsanleihen Am Tag zusammenfahren Beziehungsweise Du kannst, äh Genug zu, äh Umtauschen 200 Das reicht, dass man Dauert es halt ein bisschen länger Aber dieser Druck ist weg Dass du musst Dieses Unterschwellige Da bin ich überhaupt gefreut von Ja Muss ich ganz ehrlich sagen Du, da sind mir echt gesagt Doppel EP lieber Weil dann bist du nicht so Äh, unter Druck Dann läufst du nicht so viel Dann Kannst du Machst das alles ein bisschen schilliger Und so Das ist mir vielmal lieber Als irgend so ein scheiß Gold Event Ja Dann kriege ich nämlich Für den gleichen Aufwand Doppelt so viel Value Richtig Man muss nicht so viel flitzen Was, was meinst du So viel haben Ich hab doch nicht viel Gold Nein 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 Was hab ich denn? 800 Nee, 600 Gold Hab ich liegen Und, und, und 34 41 41 Gold Also Startsanleihen Hab ich liegen Also von daher Ich brauch's nicht wirklich Ich find dieses blöde Scheiß Bullion Ich kann's vergessen Ich find diese Bullion nicht Irgendeiner hat ja das Zeug eingesammelt Und es ist nicht wieder geswohnt Damit kann ich Nee, nee Bei uns auf der Karte Das hat jener gefressen Heimlich Das war bestimmt so ein Bruder Der hat das aufgemacht Und hat's gefressen Ja, ja, hab ich auch schon geguckt Aber ich geh da nochmal hoch Habe ich auch schon geguckt Da ist keins drin, da liegt doch Gehens daneben An dem Regal liegt auch keins, wo es normalerweise liegt Unter den Dachen ist auch nichts Komisch Komisch, komisch, komisch Komisch Ansonsten kann ich's halt nicht machen Dann ist es halt so Dann muss ich was anders machen Da ist sonst immer Oh ja Das hab ich auch schon gefunden Da hab ich auch schon geguckt Da hab ich auch schon geguckt Ja, 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 die hab ich schon rausgeholt Welcher Brotts? Oh, danke Mal sehen, ob's das ist Ey, das ist doch besch... Sag nichts dazu Da, das war's Juhu Danke Das war's Lebensmittel bearbeiten Yeah Sio, so Butter voll Shit Bist du gerade bei Mama Dolm Ja, ja, ja Ich mach mir wieder meine Nahrung Mh, ein paar leckere Maulgürfe mit rein So Ein bisschen Fleischbeilage Ich finde das so blöd, dass wir da wirklich, äh Ich finde das auch, dass wir direkt zusammen mussten Und sonst, du hast das über Ja, nimm den Platz weg Nö, oh, das passt schon Wie viele habe ich, sieben oder acht habe ich noch Zehn Stück habe ich noch Die gehen schnell weg bei mir, die Fleisch eintöpfe Fleischkonserven So, heute macht man Fleisch eintopf mit leckerem Mit leckerem Maulwurffleisch Dazu eine kleine Kuhlabschnitt Mh, und das schön gedünstet in Ja, in was verdünstet man das denn? Mh Mh, in brandbesten Zähnen, genau Hört sich lecker an Da, 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 da Kommen wir mal rein, ne, schau ja Hm, Telefon, geh doch mal ein Telefon Ey, Leute, ich habe keine Zeit für euch hier Tschüss Hier hast du eine Kugel zum Spielen, bitteschön So, bitte Einmal Blei gratis Das sieht ja bei mir aus, wie auf dem Schrottplatz, aber nicht wie auf der Fabrik Ja, dann durch die Befreier, weil sie hier ständig reinkommen Da würde ich doch eher seinen Strahlen schlägen Ja, das könnte man fast so sagen Das sah es gestern aus, ja So, wenn ich das hier gemacht habe, mache ich mal ganz kurz in der Pause, weil ich jetzt mal einen Kaffee hinsetzen Hey, wo willst du denn hinflitzen? Bleib mal hier Nö, 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 nö Du hast keine Arbeit, du hast gegen den Sinnerspatzer Sie hast was dabei Hast du gleich vergessen Du hast hier eine Bedienerlaubnis? Raus hier Da bimmelt es schon Kann ja nur schlimmstenfalls oben das Rohr jetzt kaputt sein Rundreißen, ja, guck mal sie mal nicht hoch Komm, das Ventil, das Ventil musst du drehen, komm Nee, nee, hab ich schon Jetzt muss ich die Sicherung wieder richtig reindrehen Das Ventil war das erste heute Ah, okay Vorne hängt so schon wieder ab Da hängt schon wieder einer dran Bei mir zeigt ich ständig unten dran, neben meinem Namen, dass ich im Gespräch bin Obwohl ich eigentlich hier irgendwie andere Sachen gerade... Wo kommst du denn her? Wo kommst du da hin? No? Ich muss einen Moment warten jetzt. So, dann gehen wir gleich nochmal nach dem Holz hoch, das müssen wir hier ein bisschen mitnehmen. Dann machen wir hier. Dann schnell geht es hier ein bisschen Stein rein, schade drum. Dann muss ich bestimmt die Karte holen, oder? Du hast da aber so eine Karte finst du drauf und schreib dich oben. Nee, brauch ich nicht. Warte gleich. Was für ein Gemützel hier. So, ok, wo muss ich hin? Weißt du das da, den Eingang da? Ok. Vergründen wir mal, wo die ganzen Chinesen herkommen, nehme ich mal an. Und da brauchst du eigentlich eine Indiekarte. Oh, will ich da jetzt rein? Nur Chinesen. Nur Chinesen. Diese kleinen gelben Säcke. Ja, nur Chinesen. Klar, die schießen von der Decke, die Chinesen. Können doch auch nichts dafür, dass sie Gold sind. Da war ich noch nie drin, nee. Aber jetzt wissen wir, wo von Mama Dolce die Chinesen herkommen. Ja komm, die haben hier einen Stützpunkt, da werden sie reproduziert. Das Ding nehmen wir jetzt mal ein bisschen auseinander. Gucken wir mal rein, was wir jetzt finden. Das wusste ich nicht, dass unsere Mama Dolce so ein Geheimraum ist. Das habe ich nicht gewusst. Habt ihr das gewusst? Das unter Mama Dolce so ein Geheimraum ist, das ist, sagt mir meine Frau gerade, das ist ein optionaler Punkt, wenn du die Enklave machst. Ah, ok. Hab ich persönlich auch nicht gewusst. Muss ich ehrlich zugeben. Das war das erste Mal wieder mal was Neues dazu. Ja, weil mir da unten wieder eine Quest angegeben wird. Ja, weißt du auch, wie du runterkommst? Ich weiß es jetzt, ich bin ein Stückchen schlauer. Durch meine Frau, die es mir gesagt wird, gerade eben. Dann, dann guck ich mal. Aufständen. Oh, da kannst du wieder zumachen, guck mal. Jetzt kannst du wieder aufmachen. Warte schön. Sicherheitsprozedur, Lieferstatus, Geschützturmsteuerung. Ja, die habe ich eh geschossen. Die Dinger sind eh Schrott. Die Seiten unten hört noch mehr auf mich. Kann ich mal gucken. Guck mal, da ist er schon. Der erste Schiniske. Der nächste. Wow, ist das ein großes Ding unten drunter. Also, es ist ja nicht gedacht, dass das so groß ist. Ching Jiao Bing. So, guck mal, hast du mal hier rein. Uh, hier ist dunkel. Da kannst du gut munkel. Da kannst du gut munkel. Ich will die Kisten auseinander nehmen. Dann gehen wir hier drüben reingucken. Das sind ja Schläfer. Die stehen erst auf, wenn du reinkommst. Das sind ja Schläfer. Ja, da ist da irgendwas. Ja, ja. Der lässt den Porno nebenbei laufen. Mal hörts. Ja. Lucy Hardwick, der geile Ghoul. Ja, ja. Sowas in der Art, ne. Der Ghoul aus der Lederhose oder so ähnlich. Gibt das GG. Einfach mal nimmere Gasstücke Ghoul und nimmere geile Ghoul. Ja, genau. Komm her, du. Der mein Plasma rein. Nimm's aber jetzt so nichts. Ich nehm das jetzt nicht auseinander, nein. Noch nicht. Ist noch nicht 22 Uhr. Hehehehe. Alles klar. Hehehehe. War nett, dass ich dann im Scream irgendwie bekannt werde. Ein Joker, der, der auf Ghoul ist, steht oder so. Das hast du jetzt grad geoutet. Mittendrin. Gerade jetzt eben. Jetzt hast du's durch. Hehehehe. Das wollte ich eigentlich nicht, aber bitteschön. Ja, meine Damen und Herren. Wer gerne Ghoul los haben möchte, Joker, nimm's immer mit Herzkuss. Ja, er ist dafür für alles offen. Hehehehe. 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 Ah, Spaß muss sein. Ja, voll. Wir wissen ja, wie's gemeint ist. Oder auch nicht. Hehehe. 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 Oh, das ist echt ganz schön ein großes Teil da unten drunter. Das denkt man so nicht. Hehehe. Für, für den, die Ausmaße und da geht's ja nochmal. Ach, hier geht's ja nochmal runter. Guck mal. Da geht's ja nochmal ne Etage runter. Guck mal. Da geht's ja nochmal ne Etage runter. Da hast du doch hinten das Ventil. Ja? Warte mal ganz kurz. Wo das Ventil ist. Ja? Da hast du doch dann den Wanddurchbruch hinten, wo du hinten wieder rausgehen kannst. Ja? Da gehst du raus und da bleibst du mal auf den Rohren stehen. Auf den Rohren drehst du dich so ein bisschen nach rechts. Und wenn du da runter guckst, wo das Rohr so einen Bogen macht ums Haus rum, da hast du wie so ne andersfarbige Luke und da musst du reingehen. Ja. Da führt doch der Wolfsweg so ein bisschen hin. So ne Rampe nach unten so ein bisschen. Nein, das hab ich dir das letzte Mal schon gesagt. Ja, hört ja nie zu. Das ist das Problem. Wir müssen, wir müssen mal einen Spendenaufruf machen für ihn. Wir müssen mal einen Spendenaufruf für ihn machen für ein Hörgerät. Braucht kein Hörgerät. Ach so wie Notacola-Fabrik. Der gibt's ja auch einen unterirdischen Wolfsweg. Ja. Weißt du brauchst ein Hörgerät? Na ja, das machen wir doch. Wir machen dann einen Spendenaufruf für dich. Kein Problem. Kriegen wir hin. Ne, also wenn ne alte Oma ein Hörgerät übrig hat, was sie nicht mehr braucht ohne Batterie, ohne alles, das nehmen wir gerne. Das spenden wir dann weiter. Mann, Mann, Mann. Ihr seid Freunde. Da brauchen wir keine Feinde. Ja, siehst du. Nur auf dein Bestes, bitte. Guck mal, wir wollen ja, dass du vernünftig hörst. Wir nehmen auch ganz gerne so einen alten Trichter, wie sie früher im Mittelalter hatten, was man ans Ohr halten muss. Geht auch. Nehmen wir alles. Die sind sogar noch umweltfreundlicher. Ne, die musst du mitnehmen. Die Karte liegt oben auf dem Schreibtisch. Die ID-Karte. Das ist die rote, was du immer oben findest. Sonst wird das nix. Es sei denn, du hast einen Schweißbrenner dabei. Dann könntest du dich ein bisschen hinstellen und pssst. Auf, aber das dauert dann lange. Das könnte ein bisschen dauern, ja. Heute ist dann für die Enthusiasten. Ja, altmodisch mögen, ne? Ja, genau. Diese Oldschool. Sag mal, du bist doch ein klinistronisches Kerrchen. Was gehört denn? Na ja. Was hab ich jetzt gekonnt? Ignoriert. Ich hatte dich eigentlich nicht gemeint mit den kleinen sonnigen Kerrchen, aber ist okay. da fehlt noch ne ID-Karte. Aha! Ich will die Karte haben! Wo ist die Karte? Och, sau! Ist das ein riesen Ding. Das ist ja richtige Forschungsanlage da unten. Ja. Ach, mit, guck mal, mit, mit, mit Portraitaufnahmen von, von unseren hier. Von den, ey, so richtig von der Seite richtig durchgeleuchtet. Richtig gut gelungen. Also ja, bisschen unscharf, aber sonst ganz gut. Die haben die in Stücken geschnitten. Guck mal, da oben hängt der Kopf und der Torso und dann ein paar Schritte weiter auf der anderen Seite haben sie den Kopf nochmal hin, eine Hand und das Becken und ein Brustkorb und eine Hand dazu. Das sieht aus wie so ne Fertigungslinie. Ah, die haben sich da hier schon echt was einfallen lassen, das muss ich mal sagen jetzt nochmal am Ende. Ja, die Knochen gleich in den Container rein, sehr schön. Schade, dass man die Tüche nicht... Weißt du, was ich immer gestern gedacht hab, hey, schade, dass du nicht mehr deinen Roboter bauen kannst, hey. Mhm, wie bei Fallout 4, da hast du ja den Roboter nachbauen können, den einen. Ja, alle möglichen hast du bauen können. Eigentlich jeden Protektor und alle. Ja, ja, ja. So als Begleiter, den du so mitnehmen kannst, ne, der dich so im Kampf ein bisschen unterstützt, wenn du alleine unterwegs bist oder so. Ja, und vor allem das Gute war, du hast denen ja erst dein Loot geben können. Ja, das stimmt, da hast du wirklich regelmäßig, hast den umgepackt, der war zwar auch irgendwann mal voll. Oh, da hast du ja schon ein bisschen gut gemacht, auf jeden Fall. Erstmal einem Tee. Bobon getrunken. Mhm. Aha, der Grubenhauer hat sich als Server in die Luft geöffnet. Der hat gedacht, das hat keinen Zweck, ich mach gleich Schlussfeierabend, ich komm nicht mehr wieder. Rums. Boah. Ach ja, stimmt, auf das Bergwerk muss man ja eine Atomrakete abschießen, damit man da reinkommt. Ja, das ist das kolossale Problem dann. Genau. Genau, sonst kommst du da nicht rein. Ja, ich muss das echt, echt einmal jetzt machen, dass ich da mal die Atomrakete abballern kann, dass das Entklaven-Ding mal fertig ist. Ja, machen. Du, das kannst du doch nebenbei machen. Das Entklaven-Ding ist soweit nicht schwer. Es ist einfach zu machen. Was da auch ein bisschen tricky wird und da helfen wir ja dabei, ist der Bunker dann durch zu gehen. Weil da musst du ein bisschen was beachten, aber das ist auch nicht allzu schlimm. Oh, den Code angeben, musst du den Raketen sehen? Ja, ne, der Code ist erstmal Nebensache, den brauchst du sowieso, aber es sind noch andere Sachen, die du beachten musst. Du musst da nämlich die Rohre, musst du den Reaktor erst einmal stilllegen, dann musst du da direkt dort die Zuleitungsrohre reparieren in einer gewissen Zeit, dann musst du den Reaktor wieder neu starten, vorher musst du dich scannen, dann musst du gewisse Karten suchen, um dann deine Biokarte zu erstellen und und und. Also ich bin dann nicht einmal rein, also ich komme zwar in den Bunker rein, aber dann hat man am Anfang dieses Lasergitter. Da kommst du nicht hin und nicht weiter, weil du die Enklave noch nicht hast. Du musst den Bunkerbrecher, musst du anfangen, ich kann dir auch gerne zeigen, wo du dahin musst. Du musst genau, du musst erst die Enklave haben, dass du als General registriert wirst und den Zugangsrechte hast, in den Bunker zu. Richtig. Bin ich. Also ich bin General, ich habe die Zugangsrechte, aber wenn ich da rein gehe, dann habe ich zwei Trommel mit dem Anzeig. Ach, der geht in den Bunker rein, der weiß aber nicht weiter, weil das Gitter ist zu, weil er muss nämlich nicht erst diesen Bio-Scan machen und dann muss er die Biokarte erstellen. Ohne die Biokarte kommst du nämlich nicht weiter. Genau. Und wie gesagt, du musst nachher den Reaktor noch reparieren, dann musst du den Computer noch reparieren. Und vorher musst du die Schaltkreise rausschießen. Ja, ich wollte da halt alles mit tun. Und den musst du auch noch reparieren, dann musst du dich da durchklopfen, dann musst du die Stabvorbereitung einleiten und verteidigen. Oh ja. Und dann darfst du nachher irgendwann endlich mal den Code eingeben und die Zielkoordinaten. Ja. Haben sie das zusammen gemacht oder habt ihr das alleine gespielt? Das kannst du zusammen machen, das kannst du... Ich würde sagen... So ist das auch ganz leicht. Ja. Hä? Aber ich meine, man kann es auch zusammen machen, wenn du das zusammen machen willst, dann machst du das halt zusammen, das ist kein Thema. Aber schaffbar ist das alleine auch. Ja. Ja, ich würde mich auch nicht lange an einer Stelle aufhalten, ich würde durchgehen. Vor allem würde ich dir empfehlen, den Infiltrator reinzumachen, dass du alle Schlösser knacken kannst. Da kannst du nämlich zur Not auch noch ein paar Quertüren aufmachen und kannst dann quer durchlaufen. Ja. So muss... Sonst musst du nämlich die ganzen vorgeschriebenen Wege und die sind unwahrscheinlich langwierig. Der liegt der Infiltrator, der Infiltrator, ne? Ja. Meisterinfiltrator, den habe ich auf zwei Sterne gepirkt. Das heißt, den einen Schlösser bis null, bis eins werden automatisch... Ich würde ja erwarten, dass das jeder reinmacht, wenn er noch nicht das Level hat, was du auch hast, weil er wird es wahrscheinlich noch nicht haben. Und... Ich sage ja nur... Ja. Ich weiß. Ich weiß. Muss ich oder für sich selber entscheiden? Da kennst du meinen Standpunkt. Ja, aber das heißt, muss jeder für sich selber entscheiden. In Munitionsfabrik kommt keiner drum rum. Und doch? Kommst du drum rum? Als Nahkampfkämpfer? Schießt ja nicht mit Äxten. Was lässt sich ändern? Du versuchst auch immer, allmöglichen Scheiß herauszupoolen, ne? Um da irgendwie drum rum zu reden. Ne, das sind einfach nur aus dem Unternehmen. Aber im Großen und Ganzen, ja, alles klar. Munitionsfabrik kommst du nicht vorbei. Wenn du ordentlich herstellen willst, dann noch nicht. Und gerade Kaliber 50 oder alles, was schwere Waffen ist oder Automatikwaffen, da brauchst du viel Munition. Das ist einfach so. Da hat diese zwei Millimeter-Kartuschen da, die du ja gar nicht in einer Waffenfabrik herstellen kannst. Jetzt kommt er mir schon wieder mit seinen zwei Millimeter-Kartuschen. Hast du die Waffe überhaupt schon? Schon? Ah, gut. Dann sammeln wir mal weiter. Die zwei Millimeter, die stellst du so schnell her und so oft. Das ist ja, du dust ja mit einer... Äh, du musst dir das ja vorstellen, die haben ja eine gewisse Anzahl von Schüssen, so eine Kartusche. Das sind bloß 20 Schuss oder wieviel drin. Ist ja nicht so, dass eine Kartusche ein Schuss ist. Die Munitionsfabrik erhöht sich einfach die Schussanzahl, äh... Des Herstellens. Äh... In der Kartusche. Du stellst jetzt trotzdem, äh, eine Kartusche her. Sag ich jetzt mal, aber anstatt 20 Schuss machst du mit... Wenn du alles geparkt hast, machst du dann nachher 50 Schuss nach dritten. Mhm. Pro Kartusche. Bei solchen Sachen, äh... Bei Batterien, allgemein, Diffusionskerne und sowas als Munition, erhöht sich einfach die Anzahl. Richtig. Oder Plasmakerne, je nachdem. Ja. Und Haltung würde ich dir empfehlen, im Bunker mitzunehmen, je nachdem, was du aushältst. Jupp. Jetzt hab ich das Ding durchsucht und hab die ID-Karte nicht gefunden. Noch nicht. Ich geh gleich nochmal hoch und hol die ID-Karte runter. Guck mal, ob das die ist. Werde ich jetzt mal ausprobieren. So, das ist ja hier, dass ich's hier hin. Ja, man kann ja auch monitorieren, zwar jetzt mal die ID-Karte. Das ist das Ding, der um die Mäste anziehen und Du auch in den Bunker zu kaufen. Aber wenn man da, dass es nicht so gut ist, dann würde ich es nicht einmal verliehen, Ich bin dann recht, wenn da jetzt mal. Ich kann das noch ein paar 10 Mal runterfließen. Ich habe hier auch keine E-Karte angewohnt, ne? So, jetzt geh ich nochmal um. Das will ich jetzt wissen. Das will ich jetzt wissen. Das will ich jetzt wissen. Das will ich jetzt sehen. Das will ich jetzt mal gucken. Denn oben auf dem Schreibtisch liegt ja immer eine ID-Karte rum. Die ich schon eingesammelt habe. Die ist es definitiv nicht. Dann muss es wahrscheinlich noch eine andere ID-Karte geben. Keine Ahnung. Okay. 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 Hey. Ready. Hey. Okay. Let's go. Hey. Willkommen, Bürger. Ich bin zum Handel mit Vorräten autorisiert. Hier können Sie Ihre Vorräte auffüllen, Bürger. Anforderungen sind jetzt verfügbar. So, dann gucken wir nochmal nach Handlocks wohl schnell hoch. Hm, da knattert sich umgebellt. Hey, nicht alle auf einmal hier. Was soll denn das? Was soll das? Das ist ein bisschen mit Leidenschaft gezogen hier. Ja, ist halt nur besorgt um dich, deine Katze. Gehen. Der braucht so eine Menge, eine andere Menge, jawohl. So, ich setze mal ganz schnell einen Kaffee hin, ich bin gleich wieder da. Okay, dann machen wir weiter. Alles klar. Ach Gott. Der wird dann langsam schnell der Feierabend machen, ey. Mann. Himmle. Ja. Pause machen ist ja okay, aber Feierabend bleibt. Ja, eigentlich muss ich das ja auch schnell in der Fall. Nein. Spannend. Was bist du für? Wuhu! Bei mir rupfen lauter Stufe 1 Typen rum. Nein, ist die Anzeige gebacken oder was? Nein, ja. Ich hab da kleine Puppermutanten heiße Kartoffeln. Ich hab da keine Anzeige gebacken. 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 Gehen wir mal ein Siegler halbfach und vielleicht die Bomben da einschlagen und die Bomben da einschlagen Hm. Wir sind gleich wieder da. Dann ist schon wieder einer begonnen. Wir sind gleich wieder da. So, nebenbei schnell noch was essen und dann mache ich weiter. Ich bin da dran schon mal zurück ins Bild. Wenn du dann soweit bist, du musst du sehen. Du brauchst, wie gesagt, den Code brauchen wir noch. Und dann musst du gucken, welchen Bunker du nehmen willst. Dafür brauchst du dann den passenden Code. Wenn wir alle zusammen reingehen dann. Also, wir können nicht in den Bunker Alpha rein, dann den Code für Bravo nehmen. Das funktioniert ja nicht. Das funktioniert ja nicht. Richtig. Meine Frau hat gestern nur noch so lange gemacht, bis sie den Tarnanzug hat. Was hat das jetzt doch noch knallhart durchgezogen? Ich würde heute rein. Mit euch zusammen. Wir können eine Atombombe zünden. Ja. Wenn das mit einer Atombombe nicht klappt, tun wir halt schon ganz ruhig. Ja. Jetzt war er ein bisschen ab. Ja. Hat deine Frau dich jetzt richtig geärgert? Ja. Meine Frau hat gerade gesagt, das kann man nicht machen, dann kriegen wir Ärger mit den Tierschutzen. Lass mal. Das ist was ich da ja auch sagen. Oh Mann. Siehst du, nur für alles noch das Beste. Ganz in den Mundern auch ganz gut live fahren, das wirst du. Vor allem, wenn wir Flughafen in den Vort stecken, die Inklusion ist noch nicht groß. Passiert da kommen was. Hm. Muss ich jetzt was dazu sagen, lieber nicht. Ja. Mach nur einmal zisch und dann ist das die Suchtagliebe oben an der Oberfläche. Ja. Aber du musst ja dann sehen, die Fontäne, was dann aufliegt. Das ist ja auch ganz günstig. Gibt sich vorher noch Orden mit Bohnen zu gefuttern? Dann ist er noch auf der Fläche. Genau. Richtig. Dann ist das sogar eine Bio-Reaktor-Rakete. Och Mann, die sind überhaupt nicht gemeint, oder? Nee, gar nicht. Du Reaktor, der hoch geht. Genau. Oh Mann. Mit so Indianerschmuck oder so, soll man versehen, dass so richtig weht im Wind. Ja, mit der weißen Flagge. Ich meine, wir können ja auf die weiße Flagge machen wir noch ein weißes Kreuz oben drauf, damit es nicht aufhüllt. Wieso? Wir haben doch da unten eine Untermarktdeutsche, haben wir doch hier so eine angekratzt chinesische, die nehmen wir dafür. Mhm. Wir fahren was ein bisschen. Ja, genau. Wir lesen waren. Wir lesen waren, genau. Mich würde dann interessieren, wie sehen dann die mutierten Tiere aus? Wie so kleine Animefiguren so. Ja. Und die Dunstfolgen, die dann aufsteigen durch das Biogas. Was? Ethanol. Hm. Wenn wir nur einen fangen, dann können wir es als Bio-Schiffbrett benutzen können. Richtig, richtig. Hey, da können wir eine neue Bio-Waffe herstellen. Wenn doch der Treibstoff ausgegangen ist, dann finden wir wieder eine. Wenn er dann nochmal mitmacht. Oh man. Wir sind halt gar nicht böse. Nein. Meine Frau sagt gerade, wir sollen Appalachia wieder aufbauen und nicht weiter in Ruinen treiben. Ja, das Appalachia ist doch nicht so schön. Schatz, da wo wir es hinschmeißen, da kannst du eine Versuchsrakete immer fallen lassen. Das macht nichts. Nee, ich weiß ja nicht, was die Handzeichen kommt. Das werden wir sehen. So. Hast du deinen chinesischen Anzug? Da hast du einen dran. Ich bin dran. Nein. Ich zeig dir dich an, aber dann schmeuchelt die dich erstmal. Nee, jetzt redet er nicht mehr mit mir. Joker ist ganz still jetzt. Der ist in sich gekehrt. Der ist gar nicht da. Der hat das gar nicht mitgekriegt. Mist. Dann müssen wir das nachher nochmal erzählen was wir mit dem Info haben. Ja genau. Das wir die Rakete austauschen. Wir müssen aber erstmal ins Kapitol und uns vom Tierschutz das Genehmig gelassen machen. Ja, ja. Das auf jeden Fall. Wo du dann zu Peter gehen, weißt du? Fragen, ob der Pelz wirklich echt ist. Richtig. Da gibt es eine schöne Anspielung bei einem Spiel, dessen Name ich jetzt nicht nenne. Wenn man da einen Skin für den einen Champion auspackt, dann sagt er auch immer, falls Peter fragt, dieser Pelz ist ein Hecht. Was soll das denn? Nicht da rein gehen. Nein, du bleibst unten. Na, da haben wir gestern noch, da hat sie noch die Siedler durchgeknüppelt. Bis zu dem Anzug. Ja. Mit einem zweiten Charakter werde ich dann Peter dann den Tarnabzug mir auch holen. Ja. Ich habe mir eigentlich bis jetzt mit jedem Charakter geholt, den Anzug, also mitgemacht, die Quest. Aber ich gebe ja keine, wie viele, 10.000, 16.000 Gold aus für den Anzug. Das ist mal nicht zu fett. Sieh auf, dass diese Rundung und uns keine Räume kommen. Warnung, Gefahr bildet. Beide erhalten Sie Ego-Maschinen in einem 1A-Zustand. Du weißt doch, wenn du jetzt eine Privatkarte hast, kannst du aus den Bunkern schön Playfahren, ne? Ich bin ernsthaft jetzt. Aus den Dreien? Ja, ja. Weil jeder Bunker hat einen Fitnessraum und in dem Fitnessraum findest du diese Playhandeln. Ja, genau. Da findest du ja in der ersten Schacht hast du ja auch unseren diesen Hotel, was er da aufbauen will. Da hast du ja auch einen Gym drin. In dem Feuerteufel, den hast du ja auch einen Gym drin. Ja, ist richtig. Und in der Mitte, wo ich jetzt gerade bin, in den Waldstern hast du ja auch so ein kleines Fütchen da aufgestellt. Da hast du auch einen Film drin. Im Gefängnis hast du ja auch welche drin. Ja, im Gefängnishof hinten. Ja, genau. Und dann findest du noch welche, wenn du zu dem geheimen Raum gehst. Diese Vault da in der Vault-Tec. Vault-Tec Universität unten drin. Hast du unten drin, oh, die Fahrräder stehen. Ich weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist. Nee, ist mir auch nicht aufgefallen. Da hast du auch so einen Fitnessraum, da findest du auch noch ein Play. Wenn man jetzt das so zusammensuchen möchte. Ich glaube, wenn ich habe mal geguckt, ich glaube, du kriegst aus einem Bunker, kriegst du so um die 100 Bleiglaube raus. Also Bleischrott, wenn du es so richtig machst. Ich will aber noch mal gucken, wie viel ich wirklich rauskriege. Ich will da mal ein Probe machen. Ungereien, mal das Play rausholen und gucken, wie viel dann mit einmal rauskommt bei. Das brauchst du ja nicht schnell zunächst, das brauchst du nur noch zu schrotten und dann hast du es wieder. Ja. Mann, ich renne hier auf und ab und da oben sind noch Feinde. Ey, 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 ey. Na gut, dann gehen wir weiter runter. Moment, geht er jetzt weg. Und ich dann natürlich eher die lockere Variante mit dem Bleierz mir eher dann gönnen würde, ne? Mit dem Einzug jetzt reingehen und bei mal lupen gehen, nass sie ja noch ein 100. Ja, aber die andere Seite ist halt, ne, ist halt auch wieder der Mehraufwand mit dem Erz, äh, mit der Säure dann, ne? Das, ich meine, das zusätzliche Bleifarm hier aus den Location, das ist eigentlich nur ein gutes Zubrück, kannst du sagen. Hauptsächlich wirst du damit auch nicht deinen Bedarf decken können. Ja. Mann, ich, ich, ich farm halt schon die ganze Zeit, die, 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 die Monster von Grafton, die Stelegards da und sowas, äh, die, äh, grind ich ja auch schon die ganze Zeit immer mit durch. Wegen der Säure? Ja. Ja. Mach ich genauso. Ich habe jetzt mal, jetzt war, heute hatte ich das Glück, da war wieder eine Horte Höhengrüllen dabei, da kriegst du auch gut Säure raus. Ja. Obwohl, im Prinzip reicht es vollkommen aus, muss ich ja sagen, wenn du den Hemmler Coles einnimmst und gehst da alle paar Mal hoch und holst da aus den drei Dingern raus und fertig. So, nur, kannst du ja, äh, Poseidon oder, ne, doch, Poseidon, ne, nicht Poseidon, ähm, das große Kraftwerk ganz oben, warte mal. Bevor ich mich jetzt hier verhaspele. Erst überlegen, dann quatschen. Jo, genau, Thunder Mountain, genau, danke Schatz. Genau, Thunder Mountain einnimmst da oben, hast da auch noch einen Säurepunkt. Da kannst du auch noch was Säurefahren gehen. Ja. Aber ich denke mal, mit den dreien, plus die eine, die man sowieso in der Base hat, dann ist man damit schon mal gut bedient, sagt er. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, wenn es gut kommt, machst du mit den dreien am Tag, wenn du nicht regelmäßig hingehst, aber zehnmal am Tag, oder zehnmal, solange du spielst, hingehst, in gewissen Abständen und holst du immer drei, zehn Stück raus, machst du 300 Mal Säure. Ja, das reicht doch vollkommen. Ach, ich auch, ja. Das ist da oben. Das wird noch ein bisschen gesetzt. Das ist auch noch kaputt. Das ist auch noch kaputt. Trotzdem wäre es schön, wenn du noch die Munition auseinandernehmen könntest. Dann würde es da einen Anteil rauskriegen. Und wenn es ein Drittel ist für den Funken oder sowas. Muss ja nicht die volle Größe oder volle Umfang sein. Dann würde ich das schon mal. und 극 Oh Gott, du bist nicht mehr so. Ich glaube, ich muss mal wieder Munition punkern. Nicht mehr viel einstacken, glaube ich. Na gut, 23.000 habe ich noch. Sie sollten Ihre Kronkorken gegen Munition eintauschen, die Währung des Todes. Jetzt wissen wir es, Kronkorken ist die Währung des Todes. Ich sage nicht, dass Sie etwas vom Arsch töten sollten, aber ich hätte H-Klammern im Angebot. Sind Sie zum Spaß hier? Dann kaufen Sie ein paar Zerstörungswerkzeuge. Camden Park ist so ein fröhlicher Ort. Damit das so bleibt, verkaufe ich Waffen und Munition. Die Responder haben diesen Handelsposten errichtet. Ich wünschte, Sie hätten einen anderen Ort gewählt. Sie sollten wissen, dass alle anderen Bots im Park verrückt sind. Darum handle ich nur mit Menschen. Ich wünsche mir, ich gri pen für auf builderen Gerst. So Beauty des Alsoens nicht sein, doch mit cleanern drogen sind. Und gleich at Leernernern da Bauplan Baggerkühlung Fusionskerne verbrauchen sich 5% langsamer Ich glaube den werde ich mir mal reinpacken Ich glaube den Baggerkühlung 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 Fokal ist auf jeden Fall raus Na dann mach ich gleich Lassen wir sie machen und dann gepencht Jo ist ok Dann mach mir das zu dritt dann Kein Problem Das macht ja nichts Mach mal den in aller Ruhe Die Responder So dann werde ich mir mal nach Hause reichen in mein Campi Ne Das bringt nur nischt Kannst du mal versuchen Ansonsten kannst du auch bei mir am Vorlaut liegen Das ist auch möglich Möglich ist alles Oh geil Weiter reingekommen Ein Schein sägen Jetzt kannst du deine legendären Gegenstände In legendäre Klauschen bis zu 300 Schein am Tag verdienen Da muss ich direkt mal gucken Haben sie was Neues reingepackt praktisch So gut Das Luca Cola Ding ist da noch drin Aber die haben halt da den Texon Ja dann haben sie einen Zusatz Event wahrscheinlich reingenommen Ja das ist jetzt die Kleine doppelt fix Hat so aufgefallen Da muss ich ja dann gleich nochmal gucken Weil ich hab ja 150 weg da müssten ja noch 150 drin stehen Muss ich dann direkt mal gucken Muss ich dann direkt mal gucken Oh jetzt Rüstung Die mal raus Die Baggerrüstung Schrott Nee Dann ist das 18 Uhr mit reingekommen Denn nach Pforten war es noch nicht Vorher konntest du ja noch dieses Sympola gratis wollen Dass du das dann dieser Luca Cola magst Ja Richtig Ja Hinter jeder Ecke Warten stinkende Schätze K Tätig Dann ist das ein Voll aus Mhm 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 Ja Mhm 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 Ich bin in schwelenden Trümmern aufgelacht. Da tue ich doch einfach mal zum Bahnhof reisen. Und guck mal. Wieder auf Streifen, nö, ist nicht. Du kannst passieren, das geht übers Wochenende bis Montag oder so wieder. So, mal gucken. Das wäre ja günstig, wenn ich noch ein paar Scheine loswerden würde, bestabelt sich so bei mir dermaßen als gelungen wird. Ja. Das ist nicht. Nö, ich habe noch drei Stück. Vielleicht wenn ich mich nur einlogge oder so. Also ich habe meine drei sind geblieben. Bei mir hat sich nichts geändert. Oder es ist wirklich, wenn du dich neu einloggst, dass es dann erst neu zählt. Das kann natürlich auch sein. Ich mache mal eins. Ich gehe mal hier runter von der Welt. So. Die Welt verlassen. Ich gehe nochmal. Und wir werden mal ganz schnell einen Kaffee holen. In der Zeit, wenn ich das Spiel nochmal neu starten. Und dann werden wir mal gucken, ob das was gebracht hat. Ob das dann funktioniert. Ne, bei mir steht das immer noch, wenn ich hier gucke. Ähm. Zeige deine Liebe zu Nuka Cola. Mehr habe ich momentan hier nicht stehen. Ich tue es mal neu starten. Vielleicht muss das neu eingelesen werden. Das kann auch sein. Das hast du beim nächsten Neustart vom Spiel erst erkennen. Ja. Genau. So. In dem Sinne. Dann tue ich jetzt ganz schnell das Spiel mal neu starten. Hol mir meinen Kaffee und dann machen wir weiter. Ganz schnell und einfach. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 147 müssten dann noch überbleiben. Ne, mehr. Ne, doch. Rechnen ist schwer. Ja, habe ich 177. Stimmt. Deine Frau. Die kann rechnen. Rechnen ist sehr ein Mensch. Ja, um die Zeit ohne Kaffee ist es eine Katastrophe. Rechnen. Das geht nein. Ja, ey. Und jetzt sehe ich dich auch. Jetzt kann ich dich auch weit schicken. Jetzt siehst du mich auch. Ach, du großer Gott. Ja, dann lagst du am Mainfallort. Dann hat sich da wieder irgendwas gesagt. Ich mache nicht mehr mit. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ach, ja. Was ich heute Morgen hatte, das war ganz komisch. Ganz komisch? Nö, ich habe immer noch drei Scheine. Hahaha. Okay, dann... Ja. Heute. Hm. Ich habe heute auch schon welche reingelöst. Hm. Ich habe noch die drei Scheine, ist egal. Was hast du denn bei dir so komisches? Oder seltenes? Ich habe die ganzen Personen gerne alle weggeschmissen. Ja. Weil ich die nicht mehr brauche. Die habe ich erstmal alle weggekickt. Hm. Als ich die alle aufgesammelt habe, hatte ich oben... Komischerweise war überall. War egal, welche Publiken. Reiter. Von wegen... Äh... Da hast du einen Bug erwischt. Hast du einen Future gefunden. Da hast du einen Future gefunden. Da habe ich eine Fliege gefunden. Ja. Im Spiel. Volle Sache. Volle Kanne. Da hast du was Feines gehabt. Dann... Als ich mich dann wieder neu eingeloggt habe, warst du wieder weg. Also... Hm. Da habe ich die ganzen Fusionskerne weggeschmissen. Da habe ich dann... Ja, da war irgendwas. Entweder es hat was nicht richtig eingelesen oder es war was verpackt irgendwie. Ja. Muss ich mal. Kann aber auch sein, dass einer der Fusionskerne einen Bug gehabt hat. Du sagst ja manchmal, dass Items verpackt sind. Ist auch möglich. Habe ich dann mal über 100 Platz wieder in meiner Kiste gehabt. Hm. Wie gesagt, das habe ich alles beim ersten Mal auf den Lagerkarakter geschmissen. So, jetzt muss ich mir die ganze Scheiße... Ach, das war ja meine Frau, ihre Karte. Stimmt ja, war ja nicht meine. Ach, ich bin... Ja, ja. Okay. Das war ja nicht meine Karte. Bin gespannt. Normalerweise müsste mein Fürst heute auslaufen. Weiß ich noch nicht wann. Also es müsste irgendwann im Laufe des Abends auslaufen, denke ich mal. Bis zum 11. März stand jedenfalls drin. Da ich es ja nicht automatisch verlängern hole, sondern immer nur, wenn wir es brauchen, wenn wir es können. Wenn es geht. Dann kannst du mal sehen, du stellst ja vier Wochen rum, ne? Ey, ratzfatz. Ist aber generell bei allen so. Ich merke es ja bei mir, ähm, bei meinen Sensoren für den Zucker, fürs Diabetes. Einen Sensor kannst du, äh, darfst du 14 Tage, äh, geht der. Dann läuft die Zeit ab bei dem. Ne, damit er nicht einwächst. Das sind dann 14 Tage, sind so schnell rum immer. Das ist der Wahnsinn. Ja. Ich hab mir erstmal das Cappuccino in der großen anderthalb Liter Flasche gemacht. Mhm. Ja, ich hab nicht bitte Trinken raus. Das war ein erstmal schön Vorrat. Ja, klar. Ja, ich hab nicht an, ich hab nicht an, ich hab nicht zu Trinken raus. Ja, er kann ja nicht raus durch deinen, äh, durch seinen positiven Test. Ah, blöd. Ja, steht er ja unter Quarantäne. Ja, ich hab nicht raus. Meine Mutter kauft halt morgen, dann erst für mich dahin. Ja. Das ist doof. Deswegen hab ich jetzt geguckt, was hab ich denn noch zu trinken da, weil nur Leitungswasser, blöd. Äh, Aber was machen eigentlich die, die Leute, oder es gibt ja auch Menschen, die haben gar niemanden. Was machen die eigentlich in der Quarantäne? Die verhungern dann, oder wie? Nee, die können da irgendwo sich melden. Äh, nee, es gibt ja Lieferservice, du kannst, äh, es gibt ja Geschäfte, die auch liefern. Ach so. Da kannst du anrufen, und dann kannst du aber, äh, auch angeben, dass sie das da bitte vor der Tür abstellen möchten, aus denen und den Gründen, und dann liefern sie dir, also hier so, äh, es gibt Edeka-Märkte, die machen das Famila, oder keine Ahnung was, äh, die haben einen Lieferservice, da kannst du denn, online oder telefonisch, äh, bestellen was überhaupt aus, an Lebensmitteln, dann packen die dir das zusammen, und liefern dir das nach Hause. Das ist natürlich auch eine Idee. Ja. Und wenn du sowas gar nicht hast, dann kannst du dich ganz gesund haben, am Femden, weil die machen das definitiv auch. Ehrlich? Wenn du sowas nicht hast, kannst du dich ganz gesund haben, am Femden, ich sag ehrlich, äh, weil mir das ehrlich nur, ich hab mich noch nie beschäftigt damit, weil ich war Gott sei Dank noch nicht in der Lage oder in der Position. Nee, ich auch noch nicht. Ich hab zwar auch schon meinen Corona-Test hinter mir, weil ich ja auch mit Krippel schon beim Arzt war und weil ich ja Diabetiker bin, hab's auch gleich gesagt, na, wir machen gleich mal einen Corona-Test, da war ich jetzt auch, äh, ich mein, ich war jetzt ja eh krank geschrieben, und da war ich auch so lange, bis der Test durch war, das Testergebnis da war, war ich dann auch in Quarantäne, durfte auch nicht rausgehen. Das hab ich ja schon so weit, das waren aber maximal zwei Tage, dann hatte ich das Testergebnis und da war das okay. Also wir haben ja bei uns jetzt in der Firma zwei Tage in der Woche, wo sie herkommen und, äh, die Schnelltests machen. In der Müllverbrennung war ich? Du kannst einfach hingehen und kannst schnell testen, kannst dich schnell testen lassen. Und das nimmst du regelmäßig Anspruch, oder? Ja, einmal alle zwei Wochen gehe ich dann mal hin und mach das mal, oder? Naja, sicher ist sicher, ne? Ich war ja auch kein Garant dafür, dass du es, ne, aber das ist... Ne, 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 das stimmt, der Test ist ja immer generell nur eine Momentaufnahme, sagt man ja immer so schön. Ja, genau, genau, richtig. Aber so ist man so wenigstens auf der Seite, dass man es entweder nur nicht hatte, oder, ne? Ja, ich finde, man fühlt sich, also mein persönliches Empfinden ist, man fühlt sich einfach ein bisschen sicherer. Wenn man erstmal im Moment weiß, auch wenn du im Hinterkopf das hast, das sagst, das ist normalerweise nicht das Endergebnis, es kann ja, du kannst zur Tür rausgehen, der nächste kann gerüstet haben, oder wie auch immer. Und du hast dir den Scheiß eingefangen. Oder wie Waffel jetzt, äh, Quatsch, wie Bärchen beim Einkaufen, wo er gar nichts dafür kann. Und da war halt einer und das war's dann eben, ne? Ja. Ja, weil dann mehr irgendein Spaß, die sich wieder nicht an die Regeln gehalten hat, mit Abstand halten, Maske aufsetzen. Und vielleicht war's sogar einer, der selber in Quarantäne stand und hat das nicht mal eingehalten. Das weißt du ja alles nicht. Ja, das kann auch sein, weißt du nicht. Das kannst du nicht nachverfolgen, leider. Ja, das Ding ist ja, ich kann's aber auch nicht genau sagen, weil es kann ja auch sein, dass er das hatte, aber er hat's ja gar nicht festgestellt. Alles mögliche, ja, ja, wie gesagt, das sind alles nur Mutmaßungen. Um Gottes Willen, ich werde einen Teufel tun, und was behaupten oder sonst irgendjemand ans schwarze Brett nageln. Wenn ich das nicht weiß, hundertprozentig, dann sind das einfach nur, ist das immer, ich sag's im Stream auch immer wieder, es ist meine persönliche Meinung oder mein persönliches Gedankengut dazu und mir eine Behauptung oder sonst irgendwas. Ja. Na, dann ist das nur mein persönliches Gedankengut zu der ganzen Geschichte und was sich dann jeder daraus nimmt, ist eine andere Geschichte. Ja. Das kann ich keinem vorschreiben, was er dann daraus zu nehmen hat. Ja. Das ist dann halt einfach so. Aber Fakt ist, und das ist offensichtlich, da brauchen wir nicht drüber und drüber herumzureden, viele Leute, sehr viele Leute gehen viel zu leichtgläubig oder viel zu leichtsinnig mit dem Ganzen um. Ja, auf jeden. Das muss ich ganz, und das sag ich jetzt nicht, weil ich Diabetiker bin oder weil meine Frau ist Asthmatikerin und die ist auch, wie sagt man so schön, ich komme nicht aufs Wort dran. Nee, 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 Risikopatient, jetzt habe ich es. Weil da tut sich ja der Virus noch besser reingraben und besser, na ja, tun ja den Menschen mehr Schwächen dadurch. Na klar. Sagen wir es mal so. Und das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist einfach nur, die Verantwortung liegt bei uns allen. Egal, wie krank man ist, wie gesund man ist oder, 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 was man von der Herkunft hat, das liegt bei allen, ist das einfach nur eine Sache des Verstandes oder des gesunden Menschenverstandes, sich da ein bisschen zu fügen, ein bisschen zu halten und zu sagen, pass auf, so und so geht es, dass wir alle irgendwie damit um die Bühne kommen, weil das ist eine Pandemie für uns alle und nicht nur für den Einzelnen. Das ist einfach so. Ja, aber guck mal auf die Straße, wie viele sich nicht dran halten. Das ist es ja und das ist das, was mich persönlich auch so ärgert. Ja. Da könnte ich auch, wenn ich da sehe, wenn einer seinen Hals hochzieht und geht in den Laden ein oder heute waren, ein Essenskehrer ohne Wagen, wo draußen dran steht, am Pennymarkt steht draußen dran, nur mit Wagen einkaufen gehen, damit du den Meter 50 oder, ja, Meter 50 Abstand hältst. Nein, da rennt so ein Essenskehrer mit Maske gut und schön, aber er muss halt ohne Wagen drinnen rumflitzen. Tolles Vorbild. Da geht mir, da kriege ich eine Halskrause bei solchen Leuten. Ich bin ja auch einmal aus Versehen auch mal ohne Wagen rein, weil ich das einfach in dem einfach nicht einfach nur rein und nur hier für Steam eine Karte holen. Da hat mich dann die Kassierer natürlich darauf aufmerksam gemacht. Ja klar. Bloß bei uns sagen sie ja nicht mal was im Pennymarkt. Die kassieren die Leute ab, lächeln und hauen ab und das war's. Die schmeißen sie ja nicht mal mehr raus. Das wird ja noch toleriert bei der ganzen Geschichte. Und wenn du was schreibst, hinschreibst, ja, wir sagen es den Kollegen weiter, aber was ist das Ende vom Lied? Nischt. Ja, richtig. Und dann sage ich mir auch ganz ehrlich, warum soll ich mir da noch mundfußlich reden, die Finger rund tippen oder generell noch was sagen, es kommt ja eh nicht an. Ja, richtig. Ja. Gesundheit. Bei uns bei Aldi hier im Dorf, da stand auch mal eine Zeit lang Sicherheitsdienst vor der Tür. Das haben sie auch die ersten paar Tage gemacht. Das ist dann wieder weg. Und wir haben vorher auch die Einfachswaren abgewischt. Bei uns war es jedenfalls so, beim Aldi vorher. Naja, die verlangen ja. Sicherheitsdienst ist ja nicht billig, das müssen wir ja. aus dem Geschäft. Ist nicht billig. Ich weiß, ich arbeite auch und ich weiß, deswegen sage ich ja. Wir verdienen nicht viel, die da arbeiten, aber die Chefs, die verdienen sich halt mit meiner Nase an. Naja, das ist es. Deswegen habe ich ja gesagt, wir wissen beide, weil ich habe ja auch Sicherheitsdienst schon gemacht. Daher weiß ich, was war es. Die kriegen gut Geld und das, was die abdrücken an die Angestellten, das ist lachhaft. im Prinzip. Von denen. Ja. Ja, wenn du überlegst, ein Angestellter arbeitet 250 Stunden im Monat. Ja. Hat knapp 1000 Euro auf dem Konto. Das ist nicht. äh, muss sich überlegen, ob man sich überhaupt einen kleinen Popelwagen leisten kann. Ja. Und dann kommt der Chef in die Kampel in den fetten Hammer. Naja, ja. Und nächste Woche siehst du die Porsche. Naja, so ungefähr. Da kann ja verhungern, das geht ja nicht. Die Frau kriegt nicht genug Schuhe oder was weiß ich. Das geht ja alles nicht, das Ganze nicht machen. Natürlich. Wegen dem ganzen Equipment und alles. Ja, das ist ja. Du musst dich ja gegen jeden Scheiß versichern da. Wenn was zu Bruch geht, wenn die Leute irgendwie falsch angefasst werden oder sonst irgendwas. das ist extrem teuer und vor allem, wie gesagt, Wert- und Geldtransport ist extrem teuer. Ja, ja. Die ist sauteuer und die Fahrzeuge dafür zum Beispiel Unterhalt, Steuern dafür und sowas sind auch sauteuer, weil das ja spezielle gepanzerte sind. Richtig. Auch wenn die mittlerweile so aussehen wie ein normaler Transport da, die sind gepanzert. Die haben Sondergeschichtung auf dem Lack drauf und dann sind die Türen verstärkt über die Seitenwände, Bodenblechreifen sind kugelsicher und, und, und. Die sind verstärkt, die sehen von außen wie ein Transporter aus, aber die wiegen nur ein paar Tonnen mehr. Ja. Ja, also. Die wiegen ein paar Tonnen mehr. Die Dinger muss auch täglich tanken. Ja, auf jeden Fall. Die brauchen gut Sprit. Ja, ne, also da die haben schon hohe Kosten, aber trotzdem verdienen sich die Chefs von Sicherheitsfirmen in den meisten Fällen, wenn wir die größere Firmen haben, auf jeden Fall. Ja, ich meine so eine kleine Firma, die... Richtig goldene Nasen. Vor allem, wenn sie nachher noch so, so, so Dauerevent-Sachen haben, weißt du, wo sie immer wieder gebucht werden oder feste Kundschaft haben, Klientel, wo sie immer wieder... Daueraufträge einfach, ne? Ja, genau. Permanent laufen, Objektschutz und sowas. Richtig. Oder Veranstaltungen, sofern, na gut, jetzt weniger, aber wenn sie möglich sind. Ja, wo ich in Berlin war, Tempelhoch, rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, bin das vom Personal bewacht, von mehreren Leuten sogar da sind. Tagsüber sind da, im Sommer sind da bis zu sieben Leute tagsüber. Und in der Nacht sind die hier. Und das sind hier 20 Stunden am Tag. Rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Ja. Und das geht das ganze Jahr über eigentlich. Also da kannst du mal rechnen, was die da an Kohle passieren. Natürlich. Das ist es. Und du kriegst dann da gerade mal ein gesetzlichen Mindestlohn. Ja. Egal, ob du in der Förtnerei sitzt oder ob du an der Disco stehst und zugeleiten Das ist egal, ob du die Fresse vollkriegst, ganz vorn im... Richtig. Ob du die Fresse vollkriegst in den ganz vorderen Front oder woanders sitzt, hinten drinne. Im Schaltpult oder in der Kamera. Oder sonst was. Du kriegst einfach immer dasselbe. Du kriegst da keinen Risikoaufschlag oder so, wie man das bei den anderen Jobs nennt. Ja. Äh, gibt's da nicht. Ich verdien's selbst an der Diskothek. Ich verdien's zumindest los. Ja gut, das ist doch schön. An der Führung von dir wieder. Ja. Verschwerdes zu. Ja, das ist ein Vielfalt. Aber im Sicherheitsdienst gibt's das nicht. Im Sicherheitsdienst kriegst du, egal welchen Job du machst, gesetzlich, drittes Not und fertig. Außer du machst jetzt Personschutz und so. Das wird anders bezahlt. Aber das ist, äh, das sind, äh, äh, Sonderbewusstseinzweige, äh, Sicherheitsgewerbe. Das ist kein Standard. Nee, da lassen sie auch nicht jeden ran. Da musst du eine Sonderausbildung haben. Genau, du musst fit sein, du musst eine Sonderausbildung haben, äh, und so weiter. Und dann, äh, kannst du diesen, äh, Job machen und da verdienst du echt nicht. Also für Notschützer verdienst du richtig gutes Geld. Allerdings, bist du dann auch getrunken, dich, äh, vor die Kugel zu werfen. Das ist dein Job. Das ist richtig. Also da ist nicht hier, weil wenn da jemand schießt, kannst du nicht in der Gang gehen. Das sieht dann, das sieht dann doof aus. In dem Fall, in dem Job hat dein Leben, zweitrangig, steht er jetzt an, genau, zweiter Stelle, das, äh, an erster Stelle steht das Leben der Person, die geschützt wird. Und wenn du dann dabei stirbst, hast du deinen Job einfach gemacht. Richtig. Ja. Das ist, äh, dafür wird's aber halt auch sehr gut bezahlt. Und denn je nachdem halt noch, wer das ist, wie hoch das Risiko ist, wird natürlich auch noch bezahlt. Das wird dann auch noch, ja. Aber selbst, bei dem, bei dem Risiko an sich, dann kriegt der Chef hier den höheren Anteil fürs Risiko, du kriegst auch noch dein Standardteil. Was da ist, was du mit, äh, Geschäfti? Ja, klar. Du verdienst aber trotzdem schon gutes Geld, aber der Chef, das sieht dann da, das ist wirklich auch noch Gold, ne? Auf jeden Fall. Das ist richtig. Aber ich weiß nicht, ob ich Personenschützer trotz des Geldes. Ich persönlich würd's nicht machen. Du bist immer auf Achsel, du bist unterwegs, du musst rund um die Uhr aktiv bereit sein, du musst überall sein, wo dein Klient ist. Du hast kein Gefahrenleben mehr, du musst immer in der Nähe von denen sein. Und so weiter. Und das über Monate, manchmal Jahre. Und vor allem, du musst, ja, und vor allem, du musst über den Ding drüber wegstehen. Wenn du den Typ nicht leiden kannst, kannst du nicht sagen, ach, lauf doch in der Kugel, dann hab ich meine Ruhe. Es geht nicht. Es geht nicht. Nö, richtig. Du musst wirklich über den Ding stehen. Und du musst halt machen, was er sagt, es geht um die Sicherheit, dann hat er auf dich zu hören. Ja, aber ansonsten, ob er das auch macht. Richtig. Wenn er sich zählt, wenn er sich jetzt 10 Stunden in McDonald's reinsetzen will, nur mit einem Becher Kaffee festhält, dann hast du halt 10 Stunden in McDonald's zu sitzen. Gibt dir das passt, oder nicht? Jetzt mal ganz, ganz blöd gesagt jetzt. Ja, ist so. Jetzt sitzt er hier 20 Stunden in der Opa oder was und macht noch der, was weiß ich denn nicht. Und du denkst dir denn so, ja, Opa, hätte er nicht auf ein Rockkonzert gehen können. Ja, ja. Du musst dir denn da deine 20 Stunden wie scheiß Opa antreten. Kriegst schon Kopfschmerzen und möchtest schon dir sein, wo Opa da ist in der Luft trellern. Ja, aber es ist einfach so. Aber ich glaube, da hätte ich keine Lust zu. Nee. Objektschutz macht Spaß, habe ich auch schon gemacht. Mit einem großen Hund und schön. Ich meine. Ja, Hund habe ich nicht gehabt. Ich habe keinen Hundeschein gemacht. Nur bei uns war es okay. Ich durfte mitnehmen. Und ich musste ein altes Schieferbergwerk, weil sie zum Natur, äh, Quatsch, zum Ferien, das so umgebaut haben, musste ich bewachen. Mit den alten Gängen nach unten drinne und auf dem hohen Gebirge. Aber ich sag dir, große Schuppengroße, große, diese, diese große Scheunentüren, die haben so geknotzt, als wenn der Wind durchgefahren ist und da war es ewig windig da oben. Ewig und drei Tage. Da hast du dich manchmal mit der Tasche dann zehnmal umgedreht und hast geguckt, war da jetzt was hinter dir? War das jetzt die Türen und dann die Bretter oder das Dach? Oder teilweise haben sie schon die Häuser entkernt und haben dann die Fenster und die Türen mit Folie zugemacht, dass es nicht so durchpfeift. Und da hat ja doch manchmal der Wind so ein Ding durchgefiffen und das hat dann geflattert richtig im Wind, ne? Dann hast du dieses Geräusch. Dann hast du dich zehnmal umgeguckt. Ist da irgendwas? War das jetzt die Folie? Und der war dabei, da hast du, war dabei, ja, ja. Den hab ich schon immer von alleine gemacht, der ist rum und in der ehemaligen Stadt war ein Arbeiter oben, früh um vier. Auf ehemaligen Hund weg. Ich denk, wo ist er denn hin? Irgendwo sehe ich ein großes Scheunentüren und da stand ein Mann, der Arme hoch und mein Hund stand davor. Na, ich hab das mal gehabt, da wusste ich auch ein Geschäft bewachen. Da mussten neue Türen rein und neue Scheiß und deswegen war es halt auch über die Nacht offen. Und die ganzen Klamotten und so weiter waren da drin. Ja, ja, klar. Das war Klamottenladen und dann ja, toll, der Hexer die ganze Nacht und muss das Scheiß-Geschäft bewachen. Und dann wurde da hinten dran auch noch ein bisschen was gebaut und dann hab ich da was gehört. Dann bin ich da hingegangen mit der Taschenlampe, hab keine Sau gesehen und der kam auf einmal einer aus der Seite raus. Ich hab den nicht erkannt, nicht, ne? Kam aus der Seite raus, ich bin hin, zack, hab auch Proz und Handfelder. Weil was er denn jetzt sucht, ich weiß nicht, wer das ist. In der Nähe wurde ein Wurgeherz entdeckt. Ja, da hat sich der nachher herausgestellt, das war der Besitzer des Laden. Hm, na gut, das kannst du ja nicht wissen vorher. Ihr müsst dieses Herz finden los ausschalten. Ich hab dann halt der Licht geschrieben darüber. Ja, klar. Über den Vorfall und so. Der Besitzer hat das locker gemacht, aber wenn er uns das aufgepasst hat, und wie ist das, hat mir das jetzt okay, ich hab mich ja auch was hält, ich hab bei ihm und gesagt. Ja, stimmt. Ja, ich bin auch ohne Licht, ohne was hier lang gelaufen. Ich bin selber schuld. Ja, das ist auch vernünftig. Ja, ich hab einen Bericht geschrieben, nee, ich hab einen Kraftfliegel wollte ich ins Büro beim Chef kommen. Nein, ich hab einen Einlaubnis für den Chef. Warum? Geh ich runter für. Ich bin dabei, dass ich den Chef des Ladens da zum Boden rummle. Du hättest sich anmelden müssen, der Chef, dass er kommt. Fertig. Ja, fremde Personen, ich erkenne nicht mehr, dass er es kommt. Ja. Die leben hier auf der Tür einfach, sag, komm, komm. Hätt ich genauso gemacht. Ach, die Sonne scheiße, das werden ja selber mit dem Einkaufszentrum und hast da irgendeinen Tybi, der wollte nicht bezahlen, was an der Kasse denn rauskam von den Dach, die er mitnehmen wollte. Mhm. Und dann hat er angefangen, der Kassiererin die Presse zu polieren. Die Oden. Meinem heißt, wirklich voll. Ich hab den Fall gedrückt, ab zu Boden, Handschellen an und den Polizei, hier das ließ. Ja, da hab ich vom Marktleiter und vom Einkaufszentrumanager hab ich auch einen Sack gekriegt. Wie kann das sein? Wie sieht das aus? Sowas kann man nicht machen, das hat sich an. Aber die Kassiererin soll ich verprügeln lassen, oder was? Gut, die können sich ja selber zu wehr setzen. Ich bestücke nur für ihre Versicherungsgründe, damit sie weniger Versicherungen bezahlen müssen. Na klar. Da hättest du noch mehr. Das wär dann unterlassene Hilfeleistung oder sowas, weißt du, oder keine Ahnung. Die lass ich dann auch immer was einfallen. Ach komm. Du kannst machen, was du willst. Im Sicherheitsgewerbe bist du mit einem Fuß schon immer im Knast. schon bevor du aufgestanden bist. Ja, das ist doch auch der Gearschte, weil du dir niemanden, du kannst nie jemandem das Recht machen. Ne, schon bevor du aufgestanden bist. Also aus dem Bett raus bist. Mann, der geht mir aber auf den Nerv da oben. Aber was ich dann ganz nett fand, ist dann ein paar Tage später, also die Kassiererin wusste jetzt gerade raus, die hatte eine gebrochene Nase und sowas. Und die kam dann ein paar Tage später zu mir und dann habe ich dir, so hat sie gesagt, doch mal vielen Dank. Und hat mir dann doch ein Versicherungsgründe gegeben. Sie hat mitgekriegt, dass ich halt eine Abfahrung gekriegt habe dafür und so weiter. Und hat sie auch gesagt, das geht nicht. Also egal was sie sagen, vielen Dank. Sie hat sich richtig bedankt für ein paar Prozentkörbchen. Sie hat auch gesagt, die Schätze ist nicht ganz wichtig. Ne, sind sie auch nicht. Soll ich zugucken, wie die Kassiererin zusammengeschlagen wird oder was? Ne, nix da. Ich bin vom Sicherheitsdienst. Ich bin da hin und bin mit Handschellen und da wurde ich noch angemacht, weil ich Handschellen dabei hätte. Da ist noch einer irgendwo da hinten, ne? Da hinten irgendwo. Da habe ich auch gesagt. Genau für solche Fälle habe ich die mit. Ich bin vom Sicherheitsdienst. Ich nehme die nicht umsonst mit. Ne, dieser Kempel nicht laden, was du aufmachst. So, richtig. Ja, das ist manche Einsichten, da künstlich echt. Ja, ich habe aber auch Hausverbot nicht im Einkaufshinter. Weil ich dann halt mein Job da ein bisschen, ich habe meinen Job halt ernst genommen. Aber wenn du es nicht gemacht hättest, du am Ende war das vielleicht auch nur ein Vorwand, um den Service loszuwerden. Keine Ahnung, ich habe halt das Personal angeschissen, weil ich mitgekrieg habe, was die hinten nach Feierabendetage hat. Das ist halt viel Klauter. Und das ist mein Job. Habe ich gemacht, habe ich angeschissen. Ja. Ja, klar, wie kannst du die Quelle versiegen lassen? Es geht doch gar nicht. Hättest du mitgenommen und nur die Klappe gehalten. Ja, ich habe sogar noch die Klappe davon wissen. Mhm. Und ja, ach, und der iPhone-Scheiß war da hin und her und da habe ich auch gesagt, hier kriege ich für allmögliche Kacke da. Für jeden Scheiß. Ist da ein Dieb, der will flüchten, der war beim Mediamarkt drinne, da hat mich gerade eine Festplatte geklaut, für knapp 300 Euro. Äh, und ich bin dem hinterher, bin dem den kurz vor der Tür gebroht, er raus aus dem Einkaufszentrum, bin ich ihm von hinten entgegengesprungen und habe mich zum Boden gerissen. So, ich habe ihn geguckt, aber wie kann man das denn machen? Das geht doch nicht. Wie sieht was aus? Und da habe ich gesagt, das ist ein bisschen scheißegal, wie das aussieht. So sehen die Leute wenigstens, dass hier was gefahren wird und für sich halt andere Schreckner gaben. Und, aber so geht das nicht. Das sage ich, wozu bin ich hier? Überlegen Sie sich, was Sie wollen. Ich bin hier als Sicherheitsdienst, da soll mein Job aber nicht machen, mache ich nicht, bin ich auch der Idiot, habe ich gesagt. Was soll die Scheiße? Ich bin der Einkaufszentrum, habe ich gesagt, dass es mir doch egal, wer Sie sind. Ich akzeptiere das, dass Sie hier das Sagen haben an sich, aber mit diesem Hin und Her, jeden Tag angeschissen werden für nichts, das geht nicht. Und Sie sind auch nur Mensch, der sich vormachen muss, zum Kacken genau wie ich, nur Sie haben eine andere Position, aber das ist mir im Moment egal. Wenn ich mich anscheißen lassen muss für nichts, dann sehe ich mich ein. Ja, ist richtig. Das geht gar nicht, Sie haben ein Haus, Herr Bluth. Das ist, ja, bei manchen kannst du echt nur. Ja, ich sollte denn sofort das Gebäude verlassen, habe ich gesagt, ja, mache ich gleich. Ich hole noch meine Sachen und trage mich noch kurz in meinem Buch ein, äh, Feierabend und so, und, äh, schreibt gerade noch kurz den Bericht darüber und dann bin ich weg. Ein, Sie verlassen sofort. Ich sage, ich habe gesetzlich das Recht dazu, meine Sachen noch zu holen vorher. Richtig. Das können Sie mir nicht verbieten, ansonsten schalte ich die Polizei gleich ein, dass ich mein Eigentum, äh, nicht hier rausholen darf und Firmeeigentum nicht rausholen darf. Äh, dass, äh, doch das Recht habe, wenigstens den Bericht kurz noch einzutragen und fertig zu machen, äh, das, äh, steht außer Frage, das darf ich auch. Was anderes wäre es gewesen, wenn er gesagt hätte, der hätte mit einem Chef geredet, der hätte gesagt, pass auf, so und so sieht es aus, die Sachen können Sie sich persönlich als Chef abholen, der hat hier nichts mehr zu suchen, wenn es gravierend gewesen wäre. Dann hättest du immer noch dein persönliches Zeug und den Bericht, naja, gut, das hättest du dann verzichten können. Aber so wär's dann. Aus Versicherungsgründen bin ich mindestens verpflichtet, mich auszutragen, in dem Buch. Ja klar. Denn, wenn ich denn auf dem Weg nach Hause bin, dann heißt das, ich war nicht, äh, ich war ja eigentlich auf Arbeit, was bin ich auf dem Weg nach Hause, richtig, dann bezahlte Berufsgenossenschaft keinen Cent. Hm, das genau. Auch alleine schon, äh, wegen den, äh, Stundenabrechnungen, die an die Firma gehen. Weil die holen sich das Buch dann immer ab, was wir da hatten, mit dem Eintragen, mit dem, äh, was wir angefangen haben, beenden, und so weiter. Das haben die sich einmal, äh, im Monat abgeholt, und dann die Stunden berechnet. Ja. Na klar, dein Lohn muss ja irgendwie zu räumen. Das wollte er mir dann auch noch verbieten, alle, äh, meine Privatsachen, Firmensachen, und halt mich aus dem Buch auszufragen, also, ich sollte sofort das Gelände verlassen. Ich hab gesagt, ich verlasse das in 10 Minuten. Und dann wirst du auch angekürzt, ich war im Geschäft drinne, weil der, äh, eine vom Geschäft, äh, mich, äh, gerufen hatte, übers, äh, Telefon, und dass die da wahrscheinlich nicht fahren, und so weiter, äh, ich möchte nochmal wieder vorbeikommen, wegen Claire aufnehmen. Und dann sag ich, yo, okay, ich bin gleich da, ich bin auf dem Weg. Und dann geh ich hin, im Geschäft, dann hocke ich da, Quatsch mit ihr, was ist da los, äh, hier und da, und, äh, die, äh, ja, betroffene Person stand dann noch daneben, äh, und so weiter, und ich muss ja erst mal wissen, was jetzt Sache ist, und, so, und dann freute ich mich mit der Quatsch, da kommt der, äh, Eichhaus-Manager, Glaub ich dir, glaub ich dir, ähm, Aber warum geh ich nicht immer dir? Mh, Sie fanden, dass er das letzte Abend noch vermelde ist. Sie war lockerhaft, und so weiter, sie war nett, sie war höflich, und wenn du mal 11 Uhr kurz stand, keine Raum, hat die, 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 und, und, und so weiter, und, sie fanden auch, dass er der größte, die besser überhaupt ist. Da hab ich gesagt, wie wär's denn, wenn sie sich mal auf seinen Passen bewerben? Ich weiß nicht, das ist das geile, da kommen Leute an, die wollen den Rechthaus-Manager sprechen, also wichtige Leute, Ja. Die kennt man ja irgendwann. Richtig. Rufst du da kurz an, sagst Bescheid, und willst die Person dann hochbringen, und dann sagt die Sekretärin, der ist zum Fußballspiel. Oh man. Nee, der ist zum Fußballspiel, ja, der ist während der Arbeitszeit mal wieder zum Fußballspiel gefahren. Ist doch super. Und guckt Fußball im Stadion. Ja, wie geil, wie geil, und die Leute kommen hierher und wollen was von ihm, weil die denken, dass er da ist, weil er ja eigentlich arbeiten müsste. Ja, ne? Das ist genauso, wir haben das gehabt, da war im Geschäft, war was kaputt, da bin ich gerade vorbeigegangen, und dann war da was kaputt, und dann ist ja das Eichhaus Center, ist ja dafür verantwortlich, wenn er jetzt Lichter defekten sind. Ja, natürlich, das Management davon. Genau, und dann hat sie mich gefragt, ob ich dem Hausmeister kurz Bescheid sagen könnte, dass der vorbei kommt oder so. Mhm. Hab ich, äh, ja, mache ich, ich rufe da gleich mal an, weil sie so viel Kundschaft hatte, ne? Und dann, ja, kann ich machen, so, dann versuche ich den zu erreichen, geht keine Sauber, dann habe ich die, äh, Sekretärin angehoben, hab gefragt, ob sie weiß, wo der Hausmeister ist, der ist nicht zu erreichen, ja, der ist mit dem Manager los, äh, privat, Fußballgucken. Ey geil, hier sind Sachen kaputt, im Geschäft funktioniert, was nicht, äh, das haben wir auch schon gehabt, da hat im Geschäft gar kein Strom mehr gehabt, und der Hausmeister war nicht da, weil der mit dem Manager zum Fußballgucken ist. Ohne Worte, ohne Worte. Ja, so ein Manager war das, so ein Pisser, der sich, der, der kümmert sich ein Scheiß um, äh, und den haben wir dann Polen gehabt, als Hausmeister, der kam neu dahin, der hat sich richtig reingekniet, der hat gute Arbeit gemacht, der war, hat versucht, alles schnell zu erledigen, und Prioritäten gesetzt, dass die Geschäfte laufen, ja, und funktionieren, und, und so weiter, und so fort, und der wurde nachher gekündigt, weil er zweimal verpennt hat. Und der andere Hausmeister kümmert sich einen Scheiß um irgendwas, und der wird da gelassen, weil die sich privat verstehen. Seien Sie gegrüßt, Mann, da sind Don im Auge. Wir benötigen wieder ein Roll, Schädlingsweck, da waren, die gebraucht wurden, die Ersatzsteile, oder, überhaupt nicht, damit er irgendwas vergehen kann, Weckzeuge sind da waren, hat er den Mund drauf gemacht. Wir brauchen, das geht so nicht, ich kann das nicht besser sehen, wenn wir nicht haben. Und so, das hat dem nicht gepasst. Es ist kein Wahnsinn, was da alles abliegt, bis er jetzt verlässt. Es gibt schon vier Plötzen. Ja. Aber du, um Sicherheit zu gehen, bist halt immer der Gerasch. Was willst du denn? Hör doch mal auf, hier anzuklopfen. Samadhin, kannst du mal deine Gude ein bisschen zurückholen? Das ist ja hier nervig. Ich bin hier nur am wegballern. Ich sag gerade, die Bomben kommen gleich. Ja, das ist schön. Die kam jetzt richtig hier, den Steg hoch, wie alte Omas bei der Butterfahrt. Weißt du, wo du so eine überteuerte Heizdecke kriegst? Das ist ja ein Spaß, in Butterfahrt ist was ganz anderes, aber egal. Ja, ist ja wurscht. Im Allgemeinen sagt man ja immer Butterfahrt dazu. Oder nennen wir es Kaffeefahrt. Das mit den Heizdecken geschickt, das sind die Kaffeefahrten. Ja, nennen wir es Kaffeefahrt. Mach mal Kaffeefahrt. Die Butterfahrt war ja damals, dann bist du mit dem Bus billig zum Abend gefahren und dann konntest du mit der Fähre nach Dänemark wieder zurück und konntest du steuerfrei oder fast steuerfrei einkaufen. Vergünstigt. Ja, und das waren die Butterfahrten. Mhm. Aber selbst das, das kriegen wir heute auch nicht mehr hin mit den ganzen Sachen. Lässt sich keiner mehr rein. Die Butterfahrten sind ja gesetzlich auch verboten worden. Ja, wegen Steuer, weil es gab viele Steuerprobleme. Ja, weil das viele gemacht haben halt. Viel klar. Und, ja, da sind viele Leute auch noch die Kaffeefahrten gegangen. Alles, was dem Folgen Spaß macht, wird dann verboten, weil, ist es immer so. Das ist einfach so, was du bist also. Ja, man kann ja. Selbst die, von den Pferden, die unternehmen, die haben dagegen versucht zu klagen, weil die ja auch Einnahmeeinfusten hatten, weil du hast ja am Airboard dann auch was zu essen und zu trinken gekauft. Ja, die Kaffeefahrten waren immer ausgebucht. Ja, verdient ja der Staat viel weniger. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Verdient ja der Staat viel zu wenig, weil, wenn das durchgehen lässt. Genau. Na ja, mal ganz ähnlich. Oh, das ist egal. Ich hätte aber wieder Lust, so einfach mal einen ganzen Tag raus mit der Fähre auf den Meer. Ja. Das hat was. Ganz ehrlich, ich würde auch gerne mal wieder so ohne Maske, ohne allen einfach mal so draußen spazieren gehen, im Park oder so, egal wie, weißt du. Geht aber nicht, zur Zeit. So bescheiden, wie es ist, es geht einfach leider nicht. Eigentlich, ich lieb halt Meer und deswegen fand ich die Börderfahrten halt immer geil, ne? Ausländer Schill mit dem Diff auf dem Meer und das war sogar die Seeluft. Ja. Aber dann müsst ihr halt eine Wanne voll Seewasser machen, ein Segel aufstellen, dann hast du auch Meer und Seeluft. Ja, das ist nicht dasselbe. Nein. Na gut, dann halt noch ein Ventilator und noch einen Fisch dran gehangen, dann hast du jetzt auch wirklich Seeluft. Jetzt hast du auch zu betteln. Ja. Weißt du, so alten Fisch aus der Sonne, wie das immer so schön hier heißt im Spiel? Mindestens drei Wochen. Ja, wenigstens. Wenigstens. Es muss ja richtig jedes Aroma da sein, dass das erst nach drei Wochen stimmt. Schatz, bei uns gibt es morgen Fisch. Bei uns gibt es morgen Fisch. Oh Mann. Da fehlen einem die Worte, Herr Rüstung. Ich hab schon wieder auf dem Rüstungszeug da hier den Dernkern weg. Kann ich noch reinmachen. So, ich hab mein Chassi noch hier. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Ach, war da eine Bergbank drinnen? Muss ich direkt mal gucken Ich finde das geil Was? Ich finde das voll lustig Optional greiferisch stand on Prime mit Atomraketen Dann mindestens 8 Spieler empfohlen Ja Ist auch so Weil sonst kriegst du erst die Königin nicht runter Weil das ist ja nicht nur die Königin Du hattest ja einen Haufen anderer Viecher auch noch mit aktivieren in dem Moment Ja hoffenweise Wendigos Wendigos Und dann hast du noch totes Krallen Und anders getönt Ach, keine Ahnung Also wir hatten da schon sehr sehr viel Auswahl bei Wo wir es gemacht haben Das steht wirklich nicht umsonst dran mit den empfohlen Atomraketen Ja ne, das ist Wir haben es mal versucht alleine zu viert Aber es ist, ähm, ne Sind das Telefon Das muss Das wird nix Hätte ich bei Dünner meine Baggerrissen pläne gemacht Es geht nicht um importante Das ist auch nicht Es geht nicht um Sie ist wie sie Sie müssen Na gut, dann gehen wir mal in die Lucky Hole rein Fly Arts Farm Ich habe mal meine Baupläne gelernt, was ich so gekriegt habe Da war ein Plasmakläser dabei Nein, ein Gatlingläser, genau Hier und da und dort und dies und jenes und kawumms Und Schepper, Schepper Hoffentlich reicht ja eine Kern Oh, 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 oh Sehe ich so aus, wie ich mit einem Bauhaus zu verstecken würde? Ja Stimmt, die kann man ja hinter jedem Kühlschrank, hinter jeder Gierdose verstecken Jetzt wo du saßt, jetzt weiß ich, wo der Fehler war Na dann gehen wir mal rein Du mal, die Matte ist ein bisschen ärger Jetzt schon! Viel Schreien für nichts Jo, jetzt steig ich da auf Klar wie ein aller Fleischhaufen, aber er steigt noch auf Okay 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 Dann 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 Ich glaube, ich sollte langsam mal einen Pharmafan rausnehmen. Kann ich dir sagen, was ich gegen den Mottenmann ausrichten kann? Ich gehe davon aus, dass seine Frage effektiv war, mein Freund. Anaden sind scheiße. Heiße Kartoffeln. Richtig, heiße Kartoffeln. Heiße Kartoffeln. Heiße Kartoffeln. einpacken, kannst du dann laufen lassen. Aha. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Ihr braucht die Farbe nicht mehr mit dem Anzug einzubrennen, die ist trocken. Warte, ich war schwer, Roboter, Brust. Oh, nee. Jetzt mach ich mit. Auf zu den Modesten. Sagt nicht schon, dass ich diese blöden Nagelfallen hasse. Ich will mich nicht so lange aufhalten. Der Kerne fällt nicht weit runter. Ich will mich nicht so lange aufhalten. Der Kerne fällt nicht weit runter. Du wirst deinen Träfel am heiligen Land bereuen. Aha. Ich weiß nicht, wie das so ist. Ich sehe es. Ich würde mich nicht gut abhalten. Je nachdenken. Ich würde mich nicht mehr nehmen! Ich kriege die Kammerle zu einem Schirm石. Ich trage mich zu einem Schirmes-Schirmes-Schutz. Ich trage mich zu einem Schirmes-Schirmes-Schirmes-Schirmes-Schirmes-Schirmes. Vielen Dank.